Hallo, ich bin Pia von Irgendwie Nerdig und auf meinem Instagram-Kanal Irgendwie-Unterstrich-Nerdig findest du ganz viele spannende Themen zu Filmen, Serien, Games und Comics. Und deshalb wünsche ich euch sehr viel Spaß jetzt bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Comic-Cookies, Ausgabe 115. Ich bin der Andi aus Nürnberg und heute wieder mit dabei ist auch der Andi von woanders her. Servus Andi. Hallo Andi. Hi Breedstorm, auch wieder mit dabei. Hurra! Okay, keine Ahnung, der Scout angeht scheint irgendwie im Bootcamp. Und Patrick, wo bist du? Hi Patrick. Im Keller. Wo du hingehörst. Also eine bunte Mischung. Wir sind nicht die diverseste Truppe, aber wir befinden uns offensichtlich irgendwie in komischen diversen Orten. Wir sprechen heute wieder über einen Haufen Comics. Jeder von uns hat wieder zwei Sachen vorbereitet, die ihr jeweils individuell vorstellt. Und dann haben wir auch noch ein gemeinsames Thema. Das sage ich auch gleich mal an. Wir sprechen gegen Ende dieser Folge über hammerharte Horror-Schocker. Ich habe heute erst festgestellt, dass diese Reihe Horror-Schocker ja eigentlich hammerharte Horror-Schocker heißt. Wegen der Alliteration. Das ist das gemeinsame Thema. Und vorneweg fangen wir aber erstmal mit so einem kleinen Blog an und lassen den Patrick ein bisschen was erzählen zum Gratis-Comic-Tag, der jetzt kürzlich war. Ich selber habe ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen. An dem Samstag hatte ich keine Zeit, irgendwo hinzugehen. Deswegen habe ich keinen Erlebnisbericht von mir, aber der Patrick hat was zu berichten. Also leg mal los. Genau. Also zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist der Gratis-Comic-Tag ungefähr eine Woche her. Ich war da in Frankfurt und da haben zwei Comic-Shops und eine Buchfiliale daran teilgenommen. Also die habe ich besucht. Da waren natürlich noch mehr Shops, die da daran teilgenommen haben. Da war es aber ziemlich gut besucht. Da standen sie Schlange und beim Hung-Double war er auch nach 13 Uhr dann schon das komplette Programm vergriffen. Also im Gegensatz zu den anderen Orten, von denen ich gehört habe, war da richtig viel los. Da fand auch zum ersten Mal nach langer Zeit wieder eine Signierstunde statt. Und Gordon hat da auch mal wieder Interstellar-Insects verteilt. Da gibt es mal wieder ein neues Comic-Heft dazu, bei dem der Charakter, der auf mir basiert, so ein bisschen eine größere Nebenrolle hat. Und beim aktuellen Ding, in dem er arbeitet, hat Andy eine größere Nebenrolle. Das kann ich hier an der Stelle schon mal sagen. Und zwar ein recht gechillter Tag. Ich habe es vermisst, weil der Gratis-Comic-Tag hatte ja 2021 ausgesetzt, weil man das nicht mit der Pandemie vereinbaren konnte. Und jetzt 2022 habe ich dann auch wieder einiges an Comics mitgenommen und hoffe, dass da die Pandemie nicht 2023 wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird. Aber es war ein schönes Event und ich war danach noch im Kino, also in den anderen Multiversums-Filmen. Wie hat dir die Auswahl gefallen dieses Jahr? Die Qualage stellen ja immer eine gewisse Auswahl ihres Portfolios zur Verfügung. Manchmal Ausschnitte aus dem, was sowieso schon im Programm sind, manchmal exklusive Sachen. Gerade bei DC und Marvel haben wir oft zum Beispiel das, was auch in den Staaten beim Free-Comic-Book-Day erscheint und so. Erzähl mal, wie hat dir die Auswahl gefallen und für was konkret hast du dich denn entschieden? Also die Bandbreite war mal wieder sehr hoch, auch wenn wir natürlich direkt zähneknirschend mitbekommen haben, dass Plem Plem dieses Jahr abgelehnt wurde und Christopher da anscheinend ein ziemlich schönes Trachtmann-Spezial geplant hatte. Das wird er natürlich verkaufen, aber es war von Kinder-Comic bis Weißblech-Horror bis zu Don John eine ziemlich große Bandbreite. Und Marvel war eben auch vertreten. Ich hatte da schon eine gute Auswahl getroffen, aber ich habe dann auch so Sachen wie Doctor Strange ausgelassen, weil ich den gratis Comic-Tag immer als Plattform für die Comics nehme, die ich sonst jetzt nicht unbedingt lesen würde und da mal reinlese oder eben die Splitter-Comic-Alben. Christopher Kläuber war in Nürnberg beim Gratis-Comic-Tag zum Signieren. Das ist das Einzige, was ich so im Nachhinein auch mitbekommen habe, dass die halt auch verschiedene Leute zum Signieren da hatten, so aus der Region beziehungsweise aus der etwas weiteren Region auch. Christopher Senn-Bamberg und der Jonas Scharf war auch da und noch wie ein paar andere Menschen. Aber wie gesagt, ich selbst habe nicht teilgenommen. Okay, ja, Andi Breedstorm, es klang so ein bisschen durch, dass ihr jetzt auch nicht irgendwie viel mitbekommen habt vom Gratis-Comic-Tag oder wart ihr irgendwo und habt auch was mitgenommen? Nee, also die Anreise ist dann doch mit sehr viel Zeit verbunden und es hätte nicht geklappt. Ich war auch nicht da, das ist ja eine tolle Veranstaltung, aber das lässt sich, glaube ich, aus Familiengründen diesmal nicht handeln irgendwie. Und naja, also ich habe ganz schön viel zu Hause zu liegen, auch noch aus alten Gratis-Comic-Tagen und so und das schaffe ich leider gar nicht. Ja, ich war auch am Abend vorher, war ich im Comicladen, weil ich da eben da gerade in der Innenstadt war, ein paar Sachen abgeholt und so. Aber wie gesagt, an dem Samstag selbst habe ich dann auch keine Zeit. Jetzt steht da schon das nächste große Ereignis vor der Tür. Comicswagen Erlangen ist in, ja, ein paar Wochen nur noch vom Zeitpunkt dieser Aufnahme. Da freue ich mich natürlich dann schon wieder drauf und wäre natürlich auch schön, wenn da irgendwie vielleicht ein paar Hörende zu treffen wären. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas auf die Reihe kriegen zum Hallo sagen. Schauen wir mal ein in die Themen. Stellen wir mal kurz Reihe um die Comics vor, die wir heute mitgebracht haben, über die wir ein bisschen was sagen wollen. Weil ich heute die Macht habe, fange ich einfach direkt mal an und ich habe, weiß ich, ja, ich hatte so ein paar Sachen in der Auswahl, die ich machen wollte und dann habe ich nochmal ein bisschen umdisponiert, weil ich dann dachte, es ergibt sich gerade ganz gut durch das gemeinsame Thema, das wir machen, Horrorschocker. Habe ich jetzt quasi so ein kleines Spezial nur mit Anthologie-Magazinen, eine amerikanische Anthologie, eine deutsche und dann eben später die Horrorschocker. Und ich habe dabei das Goodboy-Magazin aus den USA und dann noch das Magazin Peng, die Comics deiner Jugendzeit. Beide haben lustigerweise ein Ausrufezeichen im Titel. Goodboy mit Ausrufezeichen und Peng mit Ausrufezeichen. Patrick, was hast du heute mitgebracht? Ich habe von Brian Azzarello und Eduardo Rizzo den ersten Band, beziehungsweise so die ersten 20 Hefte von 100 Bullets mitgebracht. Und dann ein herrlich stumpfes Crossover Robocop vs. Terminator. Rizzo, was geht es bei dir? Bei mir gibt es den ersten Band oder das erste Album Sea Shepherd mit dem Untertitel Milagro. Und dann habe ich noch was Schönes von Reprodukt. Mein Ärger mit den Frauen von Robert Crump. Andi, was hast du? Ich weiß genau, welchen Einspieler wir heute wieder brauchen. Ich habe dabei ein düsteres Special, wird es bei mir insgesamt. Ich bespreche Alena von Kim W. Anderson, erschienen beim Sektenhaus Verlag ganz aktuell. Und dann, was auch der Pettik schon kennt und auch beim Gratis Comic Tag vertreten war. Der Augensammler, eine Comic-Adaption von Frank Schmolke zu einem Roman von Sebastian Fitzek, erschienen beim Splitter Verlag. Coole Sache, das klingt wieder nach einer recht bunten Mischung. Ich fange mal an dann auch mit meinen Magazinen, mit meinem ersten Magazin. Und wie gesagt, sind alles Anthologien. Das heißt, ich werde jetzt nicht super tief in jede einzelne Geschichte irgendwie eingehen können. Ich werde jetzt nicht jeden Namen nennen, der irgendwie in jedem Magazin oder in jeder Anthologie enthalten ist. Ich will hauptsächlich diese Sachen mal nennen und so ein bisschen den Eindruck davon geben. Weil ich glaube, dass das Sachen sind, die noch nicht so bekannt sind auch bei uns, die ich irgendwie interessant finde, auf unterschiedliche Art und Weise. Als erstes, wie gesagt, Good Boy Magazine. Davon gibt es im Moment zwei Ausgaben. Das erste ist letztes Jahr erschienen, 2021. Und zweite Ausgabe jetzt dieses Jahr, 2022. Sind herausgegeben von Michael Sweater und Benji Nate. Das ist ein Comic-zeichnendes Ehepaar. Bei Silver Sprocket erschienen. Das ist ein Indie-Verlag in den USA. Kostet 9,99 Euro. 9 Dollar 99, Entschuldigung. Oder wie es draufsteht, 999 Cent. Das ist das, was auf dem Magazin selber draufsteht. Und es ist eine recht dicke Angelegenheit. Also das erste Heft hat 126 Seiten. Das zweite 128. Das ist also eine recht dicke Klebebindung. Anständiger Rücken. Und so von der Größe her. Also schon ungefähr so die Größe wie so ein normales. US-Heft vielleicht so ein klein bisschen größer. Und auf, ja, fast so Zeitungspapier so ein bisschen. Also nicht so Hochglanz. Das Ganze wirklich so ein bisschen mit so einem Indie-Touch. Und deswegen lässt sich das dann eben auch zu so einem, doch finde ich, recht fairen Preis von 10 Dollar für so einen 130-Seiten-Klopper dann auch machen. Der ganze Anspruch ist eben wirklich dabei, so eine Sammlung an coolen Comics zu machen, die man sich leisten kann. Die eben so ein Spektrum abbilden aus eben so einer gewissen Ecke des amerikanischen Indie-Comics. Ich bin drauf gekommen, weil ich irgendwie so Michael Sweater und Benji Nate irgendwann mal für mich entdeckt habe. Wahrscheinlich irgendwie über Instagram. Ich mag deren Zeichenstil jeweils sehr, sehr, sehr gerne und finde recht cool, was die so für Comics machen. Und habe dann eben mitbekommen, dass die beiden zusammen dieses Magazin rausgeben. In dem ersten Heft sind zwölf Comics drin. Dann noch eine Fotostrecke, ein Interview und ein Artikel. Also es ist jetzt auch nicht nur Comic. Es ist so ein ganz, ganz, ganz großen Teil Comic. Aber so zwischendrin eingesprenkelt sind dann eben auch ja noch so ein bisschen so Text- oder Fotosachen. Im zweiten Heft sind es dann sieben Comics. Die sind dann eben auch etwas länger als manche im ersten Heft. Dann ist auch ein Kapitel so Skizzenbuchseiten von einem bestimmten Künstler oder Künstlerin. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und auch wieder zwei Interviews und eins davon mit Fotostrecke. Im zweiten Magazin ist zum Beispiel ein Interview mit Gerard Way drin zu den Umbrella Academy Comics. Michael Sweater und Benji Nate kommen auch so ein bisschen aus der Punkrock-Ecke. Also ich glaube, die sind beide so Anfang 30, glaube ich. Also bei ihm bin ich mir ziemlich sicher. Bei ihr bin ich mir nicht 100 Prozent sicher. Aber so in dem Dreh. Und ja, machen eben so Indie-Comics mit einer recht schönen Farbgebung. Die Stile in diesen Magazinen sind insgesamt natürlich relativ unterschiedlich, dadurch, dass eben unterschiedliche Menschen da drin sind. Aber es ist jetzt, es geht nicht so komplett in die Avantgarde-Richtung. Also sowas ist nicht drin. Es ist schon immer alles narrativ. Manche Sachen sind auf Fortsetzung angelegt. Die meisten Sachen sind aber abgeschlossen. Manchmal sind es auch so Sammlungen von Strips. Im ersten Magazin ist zum Beispiel so ein Strip drin, das ist so eine Super Mario-Persiflage, Parodie. Da sind dann eben mehrere Strips über ein paar Seiten abgedruckt. Und ich mag dieses Format wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Also so einen Einblick zu kriegen. Wir haben ja irgendwie schon mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wann das war, ein bisschen auch geweint, dass War-Comics eingestellt wird und dass da nicht so richtig ein Ersatz dafür da ist oder nicht so ein anderes Magazin irgendwie herrscht, dass so das Gleiche macht. Und Good Boy ist so ein bisschen so, eben so ein Einblick in, so eine bestimmte Ecke des amerikanischen Indie-Comics, der eben nicht bei den größeren Indie-Verlagen auch rauskommt. Also die jetzt eben nicht bei Fanta Graphics oder John & Quarterly sind, sondern eben bei Silver Sprocket. Michael Sweater hat, glaube ich, bei Oni Press noch einen Comic raus. Und ich finde es echt eine coole Mischung, auch dass eben auch so ein bisschen so, teilweise so ein bisschen Interview und sowas mit drin ist. Also es kommt wirklich wie so ein größeres Fanscene auch daher. Bisschen Werbung ist auch drin, aber eigentlich nur Eigenwerbung für den Verlag. Also so ein bisschen das Verlagsprogramm wird halt dann auf manchen Seiten noch mit vorgestellt. Jetzt den zweiten Band jetzt vor kurzem dann eben auch erst bekommen und hatte auch mit dem wieder sehr, sehr viel Spaß. Es sind natürlich in beiden Büchern Geschichten von Michael Sweater und Benji Nate auch selbst drin. Das sind für mich tatsächlich auch mal so die Highlights in den einzelnen Bänden. Und ansonsten sind aus dem ersten Band noch zwei Menschen, die auch im zweiten Band sind. Und die anderen sind dann aber tatsächlich immer unterschiedlicher. Also man kriegt dann wirklich auch im zweiten Band andere Menschen präsentiert zum großen Teil als im ersten Band. Wie gesagt, es ist natürlich nur so ein bisschen ein ganz, ganz kurzer Abriss. Wenn Menschen sich dafür interessieren, müssen natürlich auch ein bisschen selber recherchieren. Man kann jetzt natürlich nicht die ganzen unterschiedlichen Zeichenstile oder so jetzt irgendwie groß aufziehen oder bewerten. Hauptsächlich ging es mir, glaube ich, darum, Benji Nate und Michael Sweater mal zu erwähnen, weil ich die wirklich so gut finde. Benji Nate, die machen beide so, also vom Zeichenstil sind die beide so ein bisschen cute vielleicht, so ein bisschen kartonig und süßlich. Aber Benji Nate macht schon auch so Horror-Comics mit einem Zeichenstil, der so ein bisschen so süße Mädchen auch irgendwie präsentiert. Sie arbeitet jetzt gerade an einem Comic, der heißt Girl Juice, kann man auf Instagram auch so nach und nach lesen. Ich glaube, der, wenn ich mich recht entsinne, kommt dann bei John Quarterly raus. Und der, da geht es um junge Frauen und der ist auch schon so ein bisschen dreckig tatsächlich auch. Und Michael Sweater hat seine Comics mal als Sitcoms auf Papier bezeichnet. Teilweise auch Kinder-Comics. Der schreibt teilweise auch für andere Zeichnende und macht aber eben auch seine eigene Zeichnungen. Teilweise ist es ein bisschen schon auch mit erwachseneren Themen, aber eben in so einem recht farbigen Stil, wo auch die Figuren jetzt nicht immer menschlich sind, sondern teilweise so ein bisschen anthropomorph oder auch einfach irgendwelche Wesen. Und solche Sachen sind auch von den anderen Zeichnenden in diesen Magazinen eben drin. Also viel mit Genre, so ein bisschen Science-Fiction mit drin, ein bisschen Horror, ein bisschen Fantasy-Elemente, ein bisschen auch Manga beeinflusst. Also gerade die erste Geschichte von Benji Nate in dem ersten Heft. Da geht es um Magical Girls beziehungsweise um eine zu dem Zeitpunkt dann schon im Ruhestand befindliche Dame mit einer Teenager-Tochter, die eben früher so ein Magical Girl war in so einer Gruppe, war so ähnlich wie Sailor Moon und die so, ja jetzt in so einem Alltag einfach so zurückblickt und so ein Interview gibt für ein Magazin, wo dann alles falsch dargestellt wird. Also die so, was passiert mit Magical Girls quasi, wenn sie nicht mehr Magical Girls sind, sondern einfach nur noch geschiedene Mütter mit Teenager-Töchtern, die sie nicht verstehen und so. Also fände ich eine ganz coole Idee. Also Good Boy Magazine, bisher zwei Ausgaben erschienen bei Silver Sprocket, 9,99 Dollar herausgeben von Michael Sweater und Benji Nate von mir. Eine starke Empfehlung, wenn ihr euch für so amerikanischen Indie-Kram interessiert. Andi, ich vermute, du hast vielleicht nebenbei schon so ein bisschen dir das angeguckt in deinem Browser. Spricht dich das irgendwie an, was ich beschrieben habe oder was du eventuell schon gesehen hast? Könntest du dir vorstellen, dass du dir das holst? Absoluter Volltreffer, aber sowas von. Ich finde das richtig geil, denn ich bin ja generell Anthologie-Fan schon mal und muss dann wirklich nochmal explizit erwähnen, wie toll ich Abwechslungen und sowas finde und ey, wenn diese Inhalte, die ich hier in der Leseprobe stehe, repräsentativ sind für den Rest des Magazins, dann ist hier Abwechslung auf jeden Fall mega groß geschrieben und das finde ich schon ganz schön gut, muss ich sagen. 10 Dollar, ich gucke immer auch aufs Geld, aber ganz im Ernst, hier habe ich glaube ich auch so ein bisschen, also du unterstützt dich hier auch Leute, die das, also Indie halt, da kann man vielleicht auch mal, vielleicht will ich das Geldthema dann auch gar nicht so in Vordergrund rücken. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich gucke gerade, ob ich von den Namen, die sonst noch so auftauchen, als, nein ja, jemand mit einem, nicht so über den Atlantik hinausblickenden Horizont, da Namen kenne, aber leider ist es nicht der Fall, wenn du mir diese Menschen empfehlst, dann muss ich da quasi reingucken. Ich finde es auch toll, dass es schon ein zweites Heft gibt, würde ich mir ordern oder halt, das würde ich mir auch einfach so ordern, ohne durchgeblättert zu haben. Danke für die Empfehlung, finde ich gut. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung auch zu den beiden Anthologien, die du schon erwähnt hattest. Ich glaube, War, wie gesagt, bei War kommt noch mal irgendwann ein Heft, nur es gibt kein Datum wann und auch bei Shazam weiß ich, dass der finale Abschlussband übrigens nicht in Erlangen erscheinen wird, sondern erst Monate danach. Das vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Aber Good Boy Magazine scheint mir auf jeden Fall eine gute Alternative zu sein. Ich meine, 10 Dollar ist natürlich, klingt erstmal nicht ganz wenig, aber wenn man das dann wieder in eine Relation setzt, was so ein amerikanisches Superheldenheft mit 20 Seiten Story kostet, irgendwie 4 Dollar oder was da jetzt aktuell der Preis ist, irgendwas in dem Dreh, da sind ja 10 Dollar dann für ungefähr 130 Seiten Inhalt, ziehe ein paar Seiten Werbung ab, dann bleiben noch irgendwie 120 oder 125 Seiten Inhalt übrig. Da ist das dann im Vergleich dann wirklich nix. Wo konkret hast du das geholt? Bei dir im Comicladen? Ja, also ich habe den, also den ersten Band habe ich zufällig hier über meine Buchhandlung bekommen, also hier bei mir direkt gegenüber, so eine Stadtteilbuchhandlung, mit der ich auch so ein bisschen befreundet bin und deswegen gucke ich immer, wenn ich irgendwelche Sachen bestellen will, ob ich die eventuell über die kriege. Amerikanische Sachen sind da normalerweise schwierig, aber warum auch immer, wir konnten es uns alle nicht erklären, das erst, den ersten Band, der war tatsächlich irgendwie gerade über einen amerikanischen, über einen deutschen Buchhandel lieferbar. Das war auch das einzige Exemplar, das hat mir mein Buchhandler auch noch gesagt, dieses eine gab es da auch nur. Und ja, als zweite habe ich dann halt über einen Comicladen bestellt, da sind amerikanische Sachen dann ja nicht so das große Problem, die dann herzukriegen. Weil gerade so Versand ist da ja immer sonst ein Thema, das ist ja hier sicherlich auch nicht irrelevant. Den hast du hier dann zum Normalpreis ohne Versandkosten gekriegt, schätze ich. Ja, genau, also über einen Comicladen, wie alle anderen US-Hefte oder so, die ihr sonst im Comicladen vielleicht kriegt, genau, zahlst halt dann einen Coverpreis zu irgendeinem Umrechnungskurs, der halt dann gerade aktuell gilt. Ich glaube, man kriegt es auch über Amazon, da habe ich es auch schon gesehen, als wenn ich mal nach Michael Sweater und Benji Nate und so recherchiert habe. Also ich glaube, über die würde man es im Zweifelsfall auch kriegen, wenn man jetzt keinen Comicladen bei sich hat, wo man es bestellen und abholen kann. Ich glaube, bei so einem kleineren Indie-Verlagen kann es vielleicht mal ein bisschen dauern, bis der Comicladen das dann besorgt kriegt. Das kann ich jetzt nicht genau garantieren, wie schnell das dann geht. Aber ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht schwerer herzukriegen als andere US-Indie-Sachen. Mhm. Okay, Patrick, ist dein Interesse geweckt? Bei den Leseproben und allem, auf jeden Fall. Und wie ihr es jetzt die ganze Zeit schon erwähnt habt, War Comics wird da quasi eine Lücke aufmachen, die man irgendwie nicht stopfen will, aber wo man doch so abwechslungsreiche Anthologien wieder lesen will. Also ich bin auch direkt angefixt, und das nicht nur wegen Love, Defend, Robots, Staffel 3, die mich wieder ein bisschen gierig auf Anthologien gemacht hat. Ja, ich finde tatsächlich auch bei Goodboy einfach so diesen Ansatz, wir machen das einfach auch auf günstigem Papier, damit wir eben so ein dickes Ding auch günstig anbieten können und nicht auf Hochglanzwurst dann so teuer. Aber das ist zum Beispiel das, was mich manchmal bei Jazam oder so auch ein bisschen zurückhält. Klar, die Produktionskosten sind natürlich auch eh nochmal andere in Deutschland vielleicht als in den USA, weil die Auflage wahrscheinlich nochmal kleiner ist. Aber ja, da ist dann für mich manchmal so ein dickes Buch doch zu einem auch sehr hohen Preis dann nicht immer ein schneller Mitnehmer. Breedstorm, wie ist das bei dir mit Anthologien und eventuell Goodboy? Goodboy kannte ich noch nicht, aber schöner Tipp, sieht gut aus. Und ja, das sind so Anthologien, das sind das typische Messedingen zu mitnehmen. Gerade Jazam ist so eine Sache, die ich mir gern mitnehme, gerade wenn jemand da ist, der vielleicht doch mal was signiert oder so. Okay, dann gehen wir weiter in der Runde. Sage ich Patrick, stell mal bitte deinen ersten Comic. Ich habe hier Robocop vs. Terminator. Das ist aktuell leider schwerer zu kriegen. Da ist ausnahmsweise mal wirklich der Online-Versand beziehungsweise das auf dem Rechner zu lesen, die bessere Alternative. Die Preise sind aktuell bei 157 Euro und ja, bei 257, weil du das aktuell nirgendwo haptisch kriegst. Also ist mal digital lesen wirklich die bessere Alternative. Das wurde von Frank Miller geschrieben und von Walter Simonson gezeichnet. Über die Umwege passiert es hier, dass Alex Murphy, also der Robocop, dafür verantwortlich ist, dass mal wieder ein Terminator bzw. eine Invasion von Terminatoren quasi die Welt zunichte machen wird. Natürlich wird auch hier mal wieder eine Beschützerin dann zusätzlich noch dazu geschickt, die versucht, da irgendwie zu schlichten. Aber es nimmt natürlich komplett seinen Lauf und das Chaos beginnt. Und das ist Frank Miller in seinen besten, wie auch in seiner schlechtesten Eigenschaften. Also man hat bis zum Schluss hin entweder Explosionen, abgeschossene Gliedmaßen, Blut, Krieg und zeitgleich auch seitenlange Expositionen. Also entweder siehst du was explodieren oder seitenlange Expositionen. Dafür, dass da diese beiden Legenden aufeinandertreffen, könnte das ein bisschen ikonischer inszeniert sein. Aber es macht eben wirklich Spaß. Das inhaliert quasi so diese 80s-Action-Filme und ist wirklich davon massiv beeinflusst. Auch wenn es mich teilweise verwirrt, dass Alex Murphy hier mit Terminator-Armen rumläuft und dass hier die Robocops und die Terminatoren miteinander verschmolzen sind, das ist ein bisschen manchmal verwirrend. Das ist manchmal ein bisschen dämlich, wie es der Comic selber sagt, aber wie ein guter 80er-Jahre-Action-Film ist es so dumm, dass es wieder Spaß macht. Also auch so Testosteron-Geschwängert. Wer die 80er mag, hat da eine gute Alternative und etwas anderes als diese ganzen 80er-Jahre-Replika, mit denen wir in letzter Zeit zugeschwemmt wurden. Frank Miller hat ja die Drehbücher für Robocop 2 und ich glaube auch 3 geschrieben. Das heißt, er ist ja wirklich in diesem Franchise zu dem Zeitpunkt auch so mitverhaftet gewesen. Weißt du, wie das zeitlich zueinander passt? Also wann ist der Comic rausgekommen und wie verhält er sich zu den Filmen? Der ist in etwa 1992 rausgekommen. Das Vorwort wurde hier von einem Steven Grant geschrieben. Der Moonlight-Schauer gerade hellhörig. Steven Grant, der Charakter basiert wirklich auf einem alten Comic-Autoren, der unter anderem auch für den Punisher einiges geschrieben hat. Und der hat auch bei einigen Terminator-Comic-Adaptionen mitgeschrieben. Also es ist noch vor Terminator 3 dann quasi erschienen. Also aus einer Zeit, wo wir noch nicht mit diesen ganzen mäßigen Terminator-Sequels gestraft waren. Es ist da deutlich weniger vorbelastet. Brissom, wie ist dein Verhältnis zu Robocop und Terminator? Und hast du den Comic vielleicht sogar gelesen? Das ist eine gute Frage. Frage, ich habe einige von denen gelesen, aber ich weiß nicht, ob das bei MG Publishing schon mal rauskam. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ein Dark Horse-Ding. Ja. Boom Studios und Dark Horse. Diverse Dinge, okay, dann ist es zu neu, weil damals gab es Boom Studios noch nicht. Nein, aber grundsätzlich interessant, müsste ich mal reinblättern. Ja, das Problem ist eben, dass es aktuell nur digital zu humanitären Preisen zu kriegen ist. Wo hast du das jetzt konkret her, Patrick? Ich habe das aus meinem Comicregal gegriffen, also ich habe es damals gekauft, als es rausgekommen ist. Also du hast eine Wertanlage stehen, die Miete für die nächsten Monate ist also drin. Also ungefähr. Interessant. Erinnert mich ja total auch so ein bisschen, der liebe Grüße auch, der Brissom hatte ja vor nicht allzu langer Zeit die He-Man-Sachen vorgestellt, die jetzt hier in Deutschland in so einer Neuauflage erscheinen. Wie heißt das, die Retrofabrik oder sowas? Nostalgiefabrik, ja genau. Die hatte ich in Erfurt übrigens im Gespräch, sind zwei sehr nette Typen. Da haben wir noch mal ein paar Details auch zu diesen Comics besprochen. Und das würde da auch reinpassen. Ich weiß nicht, ob die Lizenz Robocop heute noch großartig teuer ist in Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen verbrannt. Terminator kriegt ja auch ständig Reboots, aber läuft ja irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es teuer ist, das zu produzieren. Kommt wahrscheinlich darauf an, ich weiß nicht, wie da die rechte Lage ist, ob Robocop und Terminator im gleichen Studio gehören. Das ist ja häufig so eine Sache mit solchen Mash-Ups. Große Beispiele aus dem Horror-Bereich war immer diese Freddy vs. Jason-Geschichte, wo die rechte Lage furchtbar kompliziert ist. Und ich weiß nicht, wie das bei Robocop und Terminator ist. Wenn die beim gleichen Studio sind, dann lässt sich das wahrscheinlich regeln. Aber häufig ist es so, wenn so Sachen lange Zeit nicht aufgelegt werden, steckt häufig so eine rechte Geschichte dahinter. Aber Andi, du hast gerade erwähnt, du hast Leute im Gespräch gehabt, wo kann man das denn hören, wenn du so Leute im Gespräch hast? Es erscheint noch bald, hoffe ich. Auch beim Tele-Stammtisch, da war ich beim Comic-Park, ganz tolle Veranstaltung, mache ich immer wieder gerne Werbung für. Und da waren die halt vor Ort und so. Und da haben wir ein paar Minuten über auch die Armheit in Himmel gequatscht und vor allem auch, was mit dem Himmel-Franchise noch so zusammenhängt. Und so wird ich doch, also wird toll. Muss ich nur alles schneiden und veröffentlichen. weil die meisten unserer Hörenden werden das wahrscheinlich wissen, dass der Andi auch den Podcast Tele-Stammtisch macht und da sehr, sehr regelmäßig Comic-Interviews oder Gesprächsrunden zu Comic-Themen macht. Aber es mag ja vielleicht auch ab und zu mal neue Menschen geben, die so eine Folge hören, die das dann nicht sofort wissen. Deswegen kann man da ja mal dann drauf hinweisen. Danke. Willst du was sagen, Andi, zum Thema Robocop und Terminator und dem Comic? Das Cover ist alles, was ich aktuell dazu kenne und ich muss sagen, dass ich da natürlich ein bisschen skeptisch bin. Jetzt finde ich Science Fiction und Science Fiction kriege ja irgendwie auch immer spannend. Ich weiß nicht genau, ob du drauf eingegangen bist, Patrick, aber ist das so ein zumindest halbwegs plausibles Crossover oder geht es eigentlich wirklich nur um die eigentliche, um das eigentliche Aufeinandertreffen und der Hintergrund davon ist egal? Vom eigentlichen Aufeinandertreffen war ich so ein bisschen enttäuscht. Das wirkte arg konstruiert und das wird bis auf die letzte Seite mit Exposition quasi gefühlt irgendwie gerechtfertigt. Was hat trotzdem irgendwie dann schon Spaß gemacht. Da ist irgendwie so dieses trashige Testosterongesteuerte mitgeschwungen und irgendwie ist hier in dem Comic auch Alex Murphy so ein bisschen mitverantwortlich für die Terminator-Invasion. Du hattest ja schon Frank Miller erwähnt, der ist hier jetzt auch also umstritten. Ziemlich umstritten, ja. Aber hier hält sich das noch, fast 1992 war er schon ziemlich zurück mit seiner kontroversen Meinung. Manchmal ist er eben auch so dieser brutale Witz, also das war Frank Miller kurz bevor er so ein bisschen abgedriftet ist. Das ist natürlich trotzdem irgendwie trashig. Das ist irgendwie ein bisschen hirnrissig. Aber es macht Spaß, wenn man Robocop mag oder Terminator mag und Teil 2 und 3, ja, die waren nicht unbedingt gut, aber irgendwo sind sie dann doch so ein bisschen so guilty pleasures. Die kann man sich ansehen, Hirn ausschalten und dann einen guten Trashabend mit Kumpels. Gute Filme sind zwei, drei wirklich nicht. Wie ist es denn Zeichnerisch? Walt Simonsen ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Man ist ja auch eine Legende und wirklich ein hervorragender Zeichen, auch immer noch. Jetzt ist er schon relativ betagt, aber immer noch sehr, sehr aktiv, bringt seine eigene Comicerei raus, Ragnarök, die so, also er hat früher, das bekannteste von ihm, er hat lange Thor gemacht für Marvel, das ist so das Ding, für das er so, glaube ich, am so bekanntesten ist und jetzt macht er halt quasi seine eigene Variation davon, namens Ragnarök, von der ich auch nur Hervorragendes gehört habe und auf jeden Fall wunderschön anzuschauen, auch was er da macht. Wie ist das bei dem? Wie fällt der Comic zeichnerisch so aus? Da ist das Artwork auch richtig stimmig. Man merkt, dass er auch Erfahrungen mit Kriegskomics gemacht hat. Also was er da an Bildern bringt, das hat dann doch eben dieses ikonische, irgendwie imitiert er auch so diesen Frank Millers, Deal, nur ist er bei weitem nicht so kriegelig, sondern er schafft hier wirklich so ein paar ikonische Bilder und Splash Pages, wo du denkst, ja okay, das hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Es macht genauso viel Spaß, wie es teilweise stumpf ist. Also wirklich seitenlange Exposition, seitenlanges Kriegsgetümmel, seitenlange Action als 80er Jahre Fan könnte man sich da wirklich heimisch fühlen. Das ist klar. Ja, also wer Canon Filme mag, der kann doch den Comics sich dann mal zur Gemüte führen. Coole Sache, Breedstorm, ich gebe ab zu dir. Ja, ich fange an mit einem Rezensionsexemplar und zwar mit dem Namen Sea Shepherd. Sea Shepherd ist mir das erste Mal auf einem Konzert begegnet, weil die da einen Stand hatten und wer es nicht kennt, das ist eine Naturschutzorganisation, die sich dem, ja, den Meeresbewohnern verschrieben habe, also Meerestiere, die vom Aussterben bedroht sind und die meistens von irgendwem gegessen werden sollen, vor die stellen sie sich davor und zwar auf eine relativ radikale Art und Weise. Sie haben eigene Boote und funken immer dazwischen, wenn zum Beispiel Wale gejagt werden und auch bei anderen, also bei allem, wo wirklich die Meerestiere geschützt werden müssen, stellen sie sich dazwischen und teilweise geht es so weit, das unterscheidet sie zum Beispiel von Greenpeace, Greenpeace macht meistens solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wo sich irgendwo dranhängen und dann werden die Pressefotos gemacht und dann sind die zufrieden. Bei Sea Shepherd ist das ein bisschen anders, die rammen dann vielleicht auch mal so einen Walfänger mit ihrem eigenen Schiff, also das ist schon passiert, es wurden schon gegenseitig Boote versenkt und es ist immer natürlich eine sehr gefährliche Sache, die die da machen, ja, also wenn ich mich jetzt von der Brücke abseile, da passiert eigentlich gar nichts, das ist eigentlich sicherer an der Brücke zu hängen, als irgendwo über die Straße zu gehen, aber mit deinem Boot, ein Walfängerboot, wo Leute auf dich schießen oder dich mit Wasserkanonen beschießen, anzugreifen, das ist schon eine sehr gefährliche Sache und ich habe mich eine Zeit lang sehr damit beschäftigt, habe auch zwei T-Shirts mir mal da geholt, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen und ja, ist einfach ja, eine sehr radikale Form des Aktivismus, wenn man das so nennen möchte. Natürlich stehen die dafür international auch stark in der Kritik, weil du natürlich auf hoher See nicht einfach andere Boote rammen solltest, andererseits sind es natürlich auch Menschen, die Tiere jagen, weil sie wollen den Penis von dem Wal essen, weil sie glauben, dann klappt es wieder mit der Mutti zu Hause und da halte ich es doch für sehr schwierig, da nicht einzugreifen. Ja, also das ist, meistens geht es tatsächlich darum, dass irgendwas gegessen werden soll, weil man glaubt, man sich davon Potenz zu versprechen oder vielleicht habt ihr die Bilder noch im Kopf, ich weiß gar nicht, in irgendeinem nordischen Land, ich weiß gar nicht, ist es auf den Fahrröhren oder so, da werden so Wale in so eine Bucht getrieben mit Booten und die werden dann da komplett, also die werden nicht normalerweise harponiert, sondern die werden da erschlagen und direkt in dem Wasser auseinandergenommen, sodass du die ganze Bucht voller Blut hast und auch da machen die halt Aktionen dagegen auch mit Lachsen und so weiter und ein französischer Verleger hatte die Idee, das Ganze mal als Comic rauszubringen und ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen und da hat er sich an Juliom Masurage gewandt und hat ihm gesagt, hier, mach doch da mal was dazu und das hat der Herr Masurage auch gemacht und hat sich in Mexiko an Bord eines Sea Shepherd Schiffs begeben, um dort eine sehr, sehr seltene Tierart zu erhalten und zwar die Wakitas, die komplett von der Existenz bedroht sind und auch weil ihre Schwimmblase ich glaube in Japan als Delikatess angesehen wird und wenn du so eine Wakita Schwimmblase hast, dann bringt dir das einfach 50.000 Dollar und dem kommen dann gerade in Mexiko nicht nur die normalen Fischer nach, die dann damit natürlich komplett reich werden, sondern das Ganze wurde dann auch von der Drogenmafia übernommen, weil wenn du für irgendein Tier was frei draußen rumschwimmt einfach 50.000 Dollar kriegst, dann bist du natürlich dabei und auch da ist es natürlich für Sea Shepherd relativ schwer gegen anzukommen halt, wenn du mit organisierter Kriminalität zu tun hast statt mit einer Fischereifirma. Er begibt sich also an Bord von diesem Schiff und dann wird so ein bisschen Learning by Doing darf er bei verschiedenen Aktionen die die machen mitfahren, so haben die zum Beispiel so eine Art Anker entwickelt, wo die Schleppnetze mit einsammeln können, die dort ausgelegt wurden und da schneiden sie dann alle Fische, die da in diesen Schleppnetzen gefangen sind und was natürlich dazu führt, dass da tausende Fische qualvoll verenden in so Netzen, die schneiden sie frei und retten die somit, das gefällt natürlich den Fischern nicht so, also die sind dann natürlich am Bord des Schiffs sind sie natürlich ihr habt ja schon mitbekommen, sehr radikal, also die Netze werden dann recycelt und am Bord gibt es natürlich auch kein Lebewesen, also ihr muss sich dann direkt am Bord auch drauf einstellen, dass da überhaupt kein Lebewesen mehr gegessen wird bei denen und er hat denen dann eigentlich Pralinen mitgebracht und da kriegt er dann wieder gleich Ärger mit, ja aber da ist ja Kuhmilch drin in dieser Praline, also wir können das unmöglich essen, was ich dann noch ein bisschen überraschend fand, aber so ist es wahrscheinlich dort und er zeigt dann im Laufe seiner, ja ist eigentlich schon fast wie eine kleine Reportage, die einzelnen Figuren oder Charaktere, die da an Bord sind, die so ein bisschen was über sich erzählen und verbindet das dann immer wieder mit, mit, ja, edukativen Erzählungen über den, über die Fischart, die hier gerade angegriffen wird oder auch über Sea Shepherd im Allgemeinen. Also es ist jetzt keine Abenteuergeschichte, sondern er war wirklich da an Bord, hat sich das angeguckt und statt es zu filmen oder zu fotografieren, hat er halt diesen Comic dazu gemacht und das Produkt kann sich für mich sehen lassen, aber natürlich ist es nichts, was du dir holst, wenn du dir so eine Action-Geschichte holen willst, sondern du willst auch ein paar Informationen haben, weil es einfach was aus der Realität ist. So sind natürlich die einzelnen Charaktere, die werden nicht näher definiert. Also du hast dann verschiedene Crewmitglieder, die erzählen ein bisschen was, aber wo sie jetzt genau herkommen, warum und wieso und weshalb, das bleibt dann alles im Dunkeln, weil er muss dann an der nächsten Stelle wieder was berichten wie die jetzt die nächste Vorgehensweise ist, um die Vakitas zum Beispiel zu retten. Ist aber trotzdem gelungen, vielleicht liegt es auch an mir, weil mich das Thema eh sehr stark interessiert und ich habe mir das Comic ehrlich gesagt viel dunkler vorgestellt, er hat da, also durch die Farben, er hat es nicht selber koloriert, wirkt es sehr, sehr bunt, fast wie mir das aus dem einen oder anderen Kindercomic, was ich so bei meinem Nachwuchs sehe, kennt, ist sehr, sehr bunt koloriert, insgesamt relativ cartoonig und man sieht halt auch ganz stark Manga beeinflusst, gerade was so die Gesten oder die Gesichtsausdrücke von den Leuten betrifft, also das merkt man schon, ist schon somit nicht klassisch französisch, sondern auch ganz gut für eine jüngere Generation akzeptabel. Ja, das Ganze für 16 Euro als Hardcover Album, gute Sache und auf diese Weise kann man natürlich auch einiges zum Thema Sea Shepherd erfahren. Ist das eine abgeschlossene Sache? Also es klang jetzt so, als wäre das ein Reportagecomic, ich hatte im Vorfeld, als ich mal so kurz mir das angeschaut habe, das nicht gleich umrissen, dass es ein Reportagecomic ist und auch nicht, ob das in einem Band abgeschlossen ist, ob da noch mehr kommt. Wie sind da die Infos bei dir? Also der Band ist abgeschlossen, seine Zeit an Bord, aber er schließt dann im Gespräch am Ende des Bandes nicht aus, dass er das nochmal macht und vielleicht in Europa oder so auch nochmal an Bord eines Sea Shepherd Schiffs geht, da gibt es ja sehr viele, die meistens gesponsert werden von Menschen, also ich habe gelesen, Brigitte Bardot gibt es auch eins, das nach ihr benannt ist, die hat auch zum Beispiel eins unterstützt und so gibt es ganz viele Künstler, die die Sache gut finden und da einfach Geld auch draufschmeißen oder die halt wie zum Beispiel die Ärzte, als ich die das letzte Mal in der Festhalle gesehen habe, die hatten auch einen Sea Shepherd Stand und die zahlen dann nichts dafür, dass sie mit denen in der Festhalle sind, sondern die sind da und dürfen ihr Merch verkaufen. Aber du weißt jetzt nicht, ob zum Beispiel Französisch schon Angekündigt ist es noch nicht. Nein, angekündigt ist es noch nicht. Alles klar. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Wikipedia-Comic ist, also sprich halt einfach nur so Fakten verbildert, manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn das tatsächlich so eine Reportage ist, ein eigenes Erleben, das dann zeichnet umgesetzt ist, finde ich es dann doch schon wieder spannender. Andi, wie geht es dir damit? Findest du das Thema spannend und interessant? Würdest du das lesen wollen? Tendenziell schon gerade, weil es ein Erfahrungsbericht ist und das Cover sieht doch jetzt sehr action geladen aus und jetzt ist das ganze Ding ja auch, ich habe mal ein bisschen geguckt, auch noch mit einem Preis ausgezeichnet wurden. Der Vollständigkeit halber damals der Hinweis, dass das als herausragende Arbeit wurde der Comic 2021 mit dem Maya Literaturpreis für Tierschutz ausgezeichnet. Das vielleicht noch zur Info, gerade mal 54 Seiten, also so ein Album halt, das ist auf jeden Fall gut machbar. Ich würde es mir mal durchblättern, auch wenn ich jetzt thematisch noch nicht so drin bin, wie der Breedstorm das vielleicht ist. Und ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, aber ich finde das aus Transparenzgründen immer wichtig, dass wir hier auch das Rezensionsexemplar gestellt bekommen haben. Das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt wissen. Patrick, kanntest du Sea Shepherd vorher schon oder ist das ein neues Thema für dich und würdest du dich über den Comic dem Thema weiter annähern wollen? Ich kenne einen Film, der hat dieses Thema auch behandelt, der hieß Die Bucht. Also ich glaube, darüber kenne ich die Shepard schon. Da ging es eben auch darum, wie sehr die Delfine da in dieser Bucht abgeschlachtet werden. Da hast du auch Bilder gesehen, wie blutdurchtränkt da diese Bucht war. Also bei weitem nicht so fröhlich bebildert und koloriert, wie es Breedstorm hier beschreibt. Deswegen bin ich schon in dem Thema ein bisschen drin. Und natürlich ist das ein interessantes, wichtiges Thema. Aber ein Gute-Laune-Comic ist das bestimmt nicht. Aber ja, ich würde da auch reinlesen. Ja, also es ist kein tristes Comic. Also du hast schon diese Action-Passagen und die Leute sind eigentlich alle ziemlich zuversichtlich, weil sie halt auch das Gefühl haben, genau das Richtige da zu machen, wo sie sind. Also es ist kein trauriger Comic in dem Sinn. auch wenn du natürlich Szenen hast, wo die auf Fischjagd sind. Aber insgesamt ist das ein positiver Comic. Okay, also weniger belehrend als der Film die Bucht, der dann schon ein bisschen an die Nieren geht. Ja, da ist natürlich, wenn du das Abschlachten direkt mitbekommst, wie das in dieser Bucht ist, wo sie die mit Stöcken und Messern und was weiß ich auseinandernehmen und alles voller Blut ist, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du hier was Gezeichnetes hast, wo du einen Fisch einfach im Netz hast. Deutlich abgemildeter als bei einer Dokumentation. Ja. Ich kenne Sea Shepherd auch hauptsächlich von Konzerten, die sind auch so in der amerikanischen Punk- und Hardcore-Szene sehr stark irgendwie so involviert sind, häufig auf irgendwelchen Konzerten und Festivals mit Ständen vertreten und so und das war auch so für mich so der Ansatzpunkt mit denen. Ich meine auch, Breed jetzt darum korrigiere mich, ist nicht der Gründer von Sea Shepherd ursprünglich auch einer der Gründer von Greenpeace gewesen, der dann Greenpeace verlassen hat und Sea Shepherd gegründet hat oder so. Also das weiß ich tatsächlich nicht, nur dass es 1977 gegründet wurde von, wie heißt Paul Watson oder so ähnlich heißt er. Ja genau, irgendwie so. Ich glaube über den gibt es auch mittlerweile eine eigene Doku und so. Ja. Ist ein größeres Ding auch so. Es lohnt sich auf jeden Fall sich ein bisschen mit zu beschäftigen und ja, also es ist eine gute Art was Gutes zu tun und vielleicht noch ein Shirt zu kaufen oder sowas. Sieht super aus. Ja. Gut, Andi, kriegen wir von dir auch Modetipps oder bleibt es bei Comics? Hm, Modetipps, ich weiß, wo man sehr gut neue Basecaps selbst besticken lassen kann. Auf Mallorca kommt man nur nicht so schnell hin. Leider habe ich da nicht so den Überblick. Bin ja auch tendenziell privat eher sehr schlicht unterwegs. Im Gegensatz zu anderen Modeikonen hier in der Gruppe. Also eigentlich alle drei außer mir. Ich meine, wir sind ja so ein Podcast, ihr müsst euch vorstellen, dass, egal, wir sind sehr schöne Menschen und tragen tolle Klamotten. Ich habe heute auch wieder was am Start. Danke der Nachfrage. Heute geht es mir um einen Comic, den auch der Patrick schon vor einiger Zeit mal gelesen und auch in der Comic Community, ich weiß gar nicht, ob es die Website noch gibt, schon vorgestellt hatte. Und deshalb reden wir heute, also ich möchte heute reden über der Augensammler von Frank Schmolke. Frank Schmolke hatten wir hier und da schon mal im Gespräch beziehungsweise haben Sachen von ihm hier auch schon besprochen. Ich würde mich fast so ein bisschen als ein Fan von ihm outen. Das ist ein Autor, der hat ja unter anderem auch hier Nacht, ich kriege es gerade mal hier, Nachts im Paradies fand ich ganz toll, wo er sich mit dem Oktoberfest in München an einem Taxi fahrt, der da halt ein Problem hat, auseinandersetzt, ganz groß. Ich habe Freaks gelesen, ebenso bei Edition Moderne erschienen, der Comic zum Netflix Film und viele weitere Sachen hat er gemacht und deswegen war das jetzt für mich eigentlich nichts, wo ich länger groß drüber nachdenken musste, ob ich mir auch Der Augensammler kaufe. Ein Comic, von dem Sebastian Fitzek auf dessen Buch, Thriller, Krimi wahrscheinlich, keine Ahnung, dieser Comic basiert, selbst sagt, dass es nach eigenen Aussagen auch des Verlags der vermutlich aufwendigste Comic ist, den Splitter je gemacht hätte. Was ich schon für eine sehr beeindruckende Aussage halte und ich mir noch nicht ganz erklären kann, wie das da zustande kommt, dann machen wir uns nichts vor, jetzt nur rein vom Layout, das fantastisch ist, sieht schön aus und muss ich nicht sagen, splitterhochwertig.de einfach großartig. Da gibt es eine einzige wirklich auffallende Besonderheit und da rede ich nicht von diesem Band, das man so als Lesezeichen benutzen kann, sondern auf den allerletzten Seiten gibt es eine Besonderheit, die werde ich hier nicht vorwegnehmen, da an die kann sich der Patrick vielleicht erinnern, die hat mit der Produktion zu tun, die ist sicher was Besonderes und ich finde auch, dass sie tatsächlich, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich, also einer von Zweien, den ich wirklich formulieren kann an diesem Band, dem Comic keinen wesentlichen Mehrwert gibt, kann ich so insgesamt nicht verstehen, was da jetzt so besonders auffällig gewesen sein soll. Vielleicht war es einfach jetzt der, keine Ahnung, Zusammenarbeit mit dem Verlag und eben dann auch die Zusammenarbeit von Fitzek und Schmolke, wobei ich nicht weiß, inwiefern Fitzek da überhaupt noch involviert war. Er sagt nämlich selbst, dass das hier für ihn eine der seltenen Gelegenheiten gewesen ist, mal in die Köpfe der Lesenden einzutauchen. Lesen sie in dem konkreten Fall eigentlich nur eine Person, nämlich Schmolke, der hier diese Bilder, die bei ihm im Kopf entstehen, nachdem er, oder währenddessen er das eigentliche Buch liest und dann natürlich dafür irgendwie in irgendeiner Form ein Artwork findet und eben dann auch, ja, Szenen erstellt und kreiert. Das hat er so oft eben nicht. Da waren viele Sachen dabei, da fühlte sich der Fitzek dann an sein Buch erinnert und andere Sachen, da fand er dessen Interpretationen, also des Comic, Autoren und Zeichners deutlich besser, sogar als die eigene. Worum geht's in der Augensammler? In der Augensammler folgen wir einem Typen, der ist ehemaliger Polizist, jetzt ist er eigentlich Journalist und ja, lebt in Berlin, spielt in der Jetzt-Zeit, auch wenn es viele so wirklich so Crime-Noir-Panels gibt, wo man da auch so ein bisschen, ja, also es ist halt einfach dunkle Ecken, dunkle Szenen, viel Schwarz, es hätte auch zu einer anderen Zeit zumindest punktuell spielen können. Da folgen wir dem Typen, der hat einen Nachnamen namens Zorbach, Alexander Zorbach, er ist wie gesagt Ex-Polizist und er folgt den Spuchen eines Serienmörders, dem sogenannten Augensammler. Der Augensammler, der ist einem Berlin tätiger Mensch, der Frauen und Kinder entführt und tötet und das hat natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, ist mega brutal und ich sag's ja auch immer wieder, wenn es um den Tod von Kindern geht, bin ich persönlich immer sehr schnell emotional dabei, kann mir manchmal Sachen auch nicht angucken, will allerdings darauf hinweisen, dass sie hier, glaube ich, was tote Kinder angeht, relativ verschont bleiben, auch wenn es teilweise sehr harte Szenen gibt. Dieser Typ ist natürlich auch jetzt nicht der Einfachste, er ist ein bisschen ein Jahr in die Jahre gekommen, er ist frisch geschieden und sucht noch so ein bisschen nach einem, ja, einem neuen Weg im Leben. Er ist jetzt Journalist und auch um seine Artikel halt überhaupt schreiben zu können, muss er halt alte Kontakte oftmals anknüpfen und da Gespräche führen, er hört den Polizeifunk ab und irgendwann ist es so weit, er kriegt einen konkreten Hinweis, wo der Augensammler jetzt mal wieder zugeschlagen haben sollte, er begibt sich dorthin, irgendwas geht schief und Stück für Stück im Rahmen seiner Recherchen zum Augensammler wird ihm irgendwie klar, dass er selbst ganz ordentlich mit diesem Täter verbandelt zu sein scheint und dieser Täter oder Täterin ihn zumindest sehr gut zu kennen scheint. Das ist eine Feststellung, die hat nicht nur er, sondern auch die Polizei, die natürlich diesen Serienmörder sucht und naja, da geht er dann halt eben irgendwann auch in den Fokus der Polizei, der Kriminalbeamten, die da ermitteln, die selbst auch wiederum nicht nur, die haben auch keine weiße Weste. Er trifft aber während seiner Recherchen noch auf eine Frau mit Hund, sie ist blind und scheinbar aber nicht nur Physiotherapeutin, wie sie uns zu wissen gibt, sondern irgendwie auch eine Form von Seherin und sie hat dann teilweise natürlich auch ein bisschen irgendwie eigentlich nur übernatürlich erklärte Möglichkeiten, die nächste Spur zum Täter irgendwie aufzunehmen. Nun gut, da hat sie auf jeden Fall ein feines Gespür und das ist schon wichtig. Also wenn wir sie nicht hätten, würde er im Dunkeln tappen. Was übrigens auch eine Analogie für den kompletten Comic ist, der viele, viele, viele Schwarzflächen hat. Es ist sehr dunkel, es spielt fast alles bei Nacht, es regnet unheimlich viel und es ist atmosphärisch ultra dicht, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Hier wird vor Gewalt rauchen, Alkohol, Sex in diversen Variationen und generell Nacht, Nacktheit ist hier kein Tabu in diesem Comic. Wirklich auch, wie gesagt, Gewalt, auch psychische Gewalt spielt hier eine Rolle und es ist ein erwachsener Comic, wenn man diese Themen als erwachsen bezeichnen möchte. Es ist sehr düster, es ist interessant, ich habe das gern gelesen. Auch und da sind wir dann letztlich bei meinem großen Kritikpunkt, wenn dieser rote Faden, dieser Punkt, wo er als Redakteur, beziehungsweise doch als Redakteur dann irgendwie den nächsten Schritt gehen muss, die nächste Information auch für die Handlung brauchen, wo das irgendwie ganz schön zufällig ist. Also wo dieses Übernatürliche halt schon einfach echt auch ein mega praktischer Zufall ist gerade, dass er da jetzt genau die Dame da am Start hatte, die ihm den nächsten wichtigen Tipp gibt. Und so die Hinweise scheinen ihm teilweise doch so ein bisschen sehr aufs Auge gedrückt oder eben vorgesetzt zu sein und so. Das fand ich dann alles ein bisschen schwierig und arg zufällig, genau wie das endet dann am Schluss auch. Wenn wir halt dann was über den Täter oder die Täterin erfahren, wie es dazu kam, wer ist das jetzt eigentlich und so. Weiß ich nicht. Also das fand ich dann tatsächlich, das wäre mein zweiter wirklicher großer Kritikpunkt. Das ist mir zu wenig. Da hätte ich gern noch ein bisschen mehr Hintergrund gehabt und vielleicht bekommen wir den theoretisch sogar mal irgendwann. Denn so viel sei an der Stelle verraten, auch wenn der Fall weitestgehend geklärt ist. Es gibt noch Fragen am Ende, die vielleicht noch eine Antwort bedürfen und theoretisch wäre ein zweiter Band möglich. Gerade wollen wir einen zwar verkraftbaren, aber ein Stück weit interessanten Cliffhanger am Ende des Werks bekommen. Von mir eine klare Empfehlung. Toll verarbeitet, tolles Hardcover. 35 Euro ist natürlich nicht wenig, aber ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich finde auch, dass Frank Schmolke hier, gerade durch die Kolo, das hat mir wirklich gut gefallen, für mich eher noch wieder ein bisschen Richtung dieses Nachts im Paradies Ding geht vom Artwork her, obwohl es koloriert ist im Gegensatz zu dem und weniger in Richtung dessen, was wir da bei Freaks gesehen haben. Ich hatte den Eindruck, bei Freaks hat er sehr unter Druck gearbeitet und musste da halt relativ fix einfach sein, auch wenn das hier, glaube ich, auch wieder so ein Mammutprojekt war. Ich glaube, der Frank Schmolke arbeitet einfach so, hat er mir mal erzählt im Interview. Das ist eine tolle Empfehlung und ja, ich würde mich freuen, wenn Patrick da vielleicht noch ein paar Worte zu verliert und vielleicht auch gleich mal die Frage vorab, kannst du dich noch, ohne es wirklich zu spoilern, an dieses eine besondere Gimmick auf den letzten Seiten erinnern? Ich kann mich da sehr gut erinnern. Mich hat das sehr an diverse franco-belgische Künstler erinnert, für die wäre das wirklich nur eine Fingerübung gewesen. Das Ding sollte eben einen gewissen Twist nochmal unterstreichen. Und ja, es war jetzt nett, aber nicht wirklich beeindruckend gewesen, dieses Gimmick. Genau, denke ich nämlich auch und ich bin mir sicher, es hat eine Besonderheit am Buch und beim Layout, so viel sage ich jetzt mal an der Stelle und ich bin mir sicher, dass es den Produktionspreis hier sicherlich nochmal ordentlich erhöht hat, weil es und ob das den Mehrwert gegeben hat, das entscheidet ihr, liebe Lesende, doch am besten selbst. Wie hat dir der Comic denn gefallen und an was kannst du dich noch an erinnern? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich war da nicht wirklich so euphorisch wie du. Frank Schmolke hat das wirklich super stimmig gezeichnet. Also das Berlin, das ist so versifft und löst schon allein so ein Unbehagen aus, dass man eigentlich, wenn man den Comic, wenn man durch diesen Comic nur Berlin kennen würde, man hätte da gar keinen Bock drauf, Berlin zu sehen. Aber ich fand den Hauptcharakter, der war so dermaßen klischeehaft und hat sich so dermaßen in die Scheiße geritten. Also der hat so dermaßen irrational gehandelt, dass man sich teilweise wundert, wie er da überhaupt noch ansatzweise unbescheidet rauskommt. Und dann gab es so teilweise richtig schlecht gestellte Dialoge. Also wo es darum geht, dass von einem die Frau umgekommen ist und er sagt dann wirklich so indirekt, ja, es ist ihm egal, was mit dieser Nutte passiert ist. Mir fiel es da wirklich schwer, mit einem der Charaktere auch nur ansatzweise sowas wie Sympathie aufzubauen. Und das ist für so eine Geschichte eben wichtig. Ich verstehe, dass es atmosphärisch ist, dass es stimmig ist. Ich konnte schon allein wegen den Charakteren da nicht wirklich connecten und ein bisschen hat er es auch mit Frank Fitzex, nee, Sebastian Fitzex Schreibe zu tun. Die ist halt wirklich ultra klischeehaft teilweise. Und das dann noch mit so einer Ernsthaftigkeit, also wirklich unironisch. Ich habe das auch gut durchgelesen, aber ich habe mich dann am Ende des Buches auch gefragt, okay, er hat sich so dermaßen in die Scheiße geritten und trotzdem fliegen ihm diese Zufälle und diese Bekanntschaften so zu, dass er den Fall dann trotzdem noch irgendwie halbwegs unbescheidigt löst. War für mich schon sehr konstruiert, aber ich schiebe das wirklich ein bisschen auf Sebastian Fitzex Schreibe, die mir anscheinend nicht liegt. Aber an sich so vom Aufwand und her. Nicht unbedingt eine Empfehlung von mir, aber es hat seine Schauwerte und es ist atmosphärisch. Mir viel ist da wirklich schwer zu connecten. Absolut, ich sage es ja auch, man muss tatsächlich das einfach schlucken und vielleicht als Zielmittel hinnehmen. Vielleicht liegt es auch an der Reduktion von Comic auf Buch, dass dieser Übergang von, sag ich mal, Szene zu Szene und diese Hinweise, die es dann gibt, dass die da vielleicht arg reduziert wurden, aber es ist schon, also unser Protagonist ist hier nicht die treibende Kraft der Handlung, sondern er selbst wird durch die Handlung geschubst, durch andere Zufälle und eben andere Figuren in der Handlung. Und es wird ja auch noch vorgegaukelt, dass er so dermaßen viele Stolpersteine kriegt, aber wirklich ins Straucheln kommt er davon auch nicht. Selbst wenn er noch andere Parteien nimmt, er schlafwandelt sich halb durch oder stolpert da halb durch die Handlung und das auch halbwegs unbeschadet. Also gerade dieses Konstruierte und diese Unsympathie haben mir nicht wirklich da gefallen. Und er ist auch kein Sympath im klassischen Sinne. Also er hat wirklich noch nicht ohne Grund eine Menge Scheiße am Stecken und es gab halt einen Vorfall, der dafür sorgte, dass er jetzt kein Polizist mehr ist, sondern eben sich jetzt als Journalist verdingt und nun ja, er hatte eben auch noch ein Privatleben und ja, also sowas wie eine Identifikationsfigur ist er jetzt nicht, aber das braucht man in dem Genre vielleicht auch nicht unbedingt. Aber ich bin ja auch einer, der liest gerne wirklich solche klischeehaften Storys und ich kann da eigentlich mehr oder weniger connecten oder habe dann so einen gewissen Spannungsbogen. Hier hat es mir wirklich irgendwie wirklich gefehlt, sogar seine unscheinbaren Kollegen haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Das ist fast schon eher ein Western, weil du da wirklich niemanden hast, wie zum Beispiel in Gotham City, wo es auch so ein paar gute Bürger gibt, so einen Commissioner Gordon, die zumindest so ansatzweise was wie so ein Ankerpunkt sind, fehlt hier komplett. Ja, würdest du den zweiten Teil lesen? Ich würde natürlich wissen wollen, wie der Cliffhanger ausgeht, aber der wurde so gering gehalten und so großartig fand ich dann diesen Twist auch nicht. Aber er weckt zumindest ansatzweise Interesse. Und Frank Schmolkes Artwork ist ziemlich gut. Da stimme ich zu. Frank Schätzing wurde hier aber wirklich ein bisschen abgemildert, wenn man so seine Bücher liest. Da beschreibt er teilweise, wie seitenlang Leichen obduziert werden bis ins kleinste Detail. Und das ist wirklich so ein Ding. Da verstehe ich, dass er beliebt ist, weil er die Leser auch so ein bisschen an die Substanz treibt und gerne schockiert. Und das ist mir da auch ein bisschen negativ aufgefallen, dass er gern ein bisschen schockierender wäre. Du hast jetzt Frank Schätzing genannt, du meinst aber Sebastian Fitzek. Frank Schätzing, Sebastian Fitzek, nee, Frank Schätzing, was schneiden wir? Das war ja der Autor von der Schwarm. Natürlich. Sebastian Fitzek. Nee, passt schon. Ich meine, das ist ja auch irgendwie alles ein Genre tatsächlich. Also, kann man ja auch mal. Ja, aber der Schwarm ist halt Fickstisch. Ja, okay. Das hat The Abyss ziemlich inspiriert. Oder ist von The Abyss inspiriert. Nee, es ist was ganz anderes. Okay, dann halt nicht. Danke. Sorry. Ich finde halt das am besten. Breed, du hast was von Fitzek gelesen? Nee, das ist einfach, Krimis ist nicht so mein Genre. Meine Frau hat die aber alle gelesen. Aber als Comic würde ich tatsächlich mal einen Blick riskieren. Es gibt dazu auch einen Splittercast, also von dem Verlagseigenen Podcast, wo er mit dem Zeichner über die Entstehung redet. Das ist ganz interessant zu hören. Ja, Fitzek ist ja so einer der erfolgreichsten Autoren in Deutschland überhaupt der letzten Jahre. Also, gefühlt liegt er auch irgendwie alle halbe Jahr ein neues Buch von ihm auf dem Büchertisch und der ist, was ich bei dem so spannend finde, ist, der ist so erfolgreich, dass da der Verlag oder die Verlage, ich weiß nicht genau, wo der herausbringt, auch so wirre Experimente mitmachen, die wahnsinnig viel Geld kosten müssen, aber sie machen es trotzdem. Also, wo dann ein, das Buch hieß irgendwie sowas wie das Paket oder so und das war dann auch in so einer Pappschachtel, also allein dieser Mehraufwand in der Produktion ist schon Wahnsinn. Jetzt irgendwie eins seiner letzten Bücher oder das letzte Buch kam auch irgendwie mit einer Soundtrack CD irgendwie raus, also CDs rauszubringen, das ist jetzt auch nicht gerade das naheliegendste, was Menschen heutzutage noch machen. Also, der ist schon riesig. Ich habe auch kein einziges davon gelesen. Ich bin auch jetzt nicht so der große Krimi-Leser, wenn es um Prosa-Texte geht. Ich habe jetzt auch nur eine seiner Verfilmungen gesehen, diesen abgeschnitten von Christian Alwart. Da hatte ich auch so den Eindruck, dass er sehr, ja, mit so gewissen Klischees und Tropen auch irgendwie arbeitet, auf die man sich einlassen muss und dann aber eine ganz unterhaltsam, spannende Sache sein kann. Aber es wirkt jetzt schon auch so ein bisschen so mit der groben Kelle geschrieben und jetzt nicht die feingeinstigste Kriminalunterhaltung. Aber ja, wie ihr schon gesagt habt, also Schmolke wäre für mich auch so der Grund, es näher anzuschauen. Weniger jetzt, dass da Fitzsack draufsteht. Das ist jetzt nicht das, was mich an sowas ranziehen würde. Das Ding, das du erwähnt hast, war übrigens Playlist, wo er wirklich einen ganzen Soundtrack mit beigesteuert hat. Und das auch nicht unbedingt mit unbekannten Musikern. Also da sind auch, da ist zum Beispiel Silbermund und sonst wer vertreten. Also ganz billig wird das nicht gewesen sein. Okay, alles klar. Dann sind wir einmal in der Runde rum und ich mache weiter mit meiner nächsten Anthologie, dem nächsten Anthologie Magazin namens Peng, Ausrufezeichen. Die Comics deiner Jugendzeit. Jetzt fragt man sich natürlich gleich, wessen Jugendzeit soll das denn sein? Das ist jetzt so, das Heft spricht dich einfach so an mit hier, die Comics deiner Jugendzeit. Aber wir haben tatsächlich nicht alle die gleiche Jugendzeit. Ich habe das so durch Zufall im Comicladen stehen sehen und in die Hand genommen und reingeblättert und fand das ein recht interessantes Projekt und habe das dann auch mitgenommen, eigentlich schon so mit dem Hintergrund, dass ich das ist sowas, was man mal bei den Comic Cookies auch vorstellen kann, weil es was ein bisschen was eigenes ist. Also vorweggenommen, die Comics deiner Jugendzeit, wir sprechen hier so von den 70er Jahren. Also das ist noch nicht mal so meine Jugendzeit. Also das ist auch, ich bin jetzt zusammen mit dem Breedstorm, sage ich mal so, die sind die Ältesten hier in der Runde und die Comics, die hier drin sind, kennen wir vielleicht noch so teilweise aus unserer Kindheit. Aber so ganz unsere Zeit ist das eigentlich auch nicht mehr so. Also ich glaube, das ist so das Magazin für den klassisch verhassten älteren Mann unter den Comic-Lesenden, wenn man jetzt mal so die jüngeren Comic-Leser zumindest befragen würde. Also nochmal zurück zu den Fakten um das Magazin. Das ist jetzt eine Ausgabe, bisher erschienen ist, dieses Jahr rauskommt, 2022. Kostet 9,95 Euro, hat 42 Seiten. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den 10 Dollar von vorhin für 128 Seiten, jetzt zahle ich hier 10 Euro für 42 Seiten, da kommen wir schon bei einem gewissen Unterschied bei raus. Der Verlag heißt Quick Easy Comics, ist in Köln und ich vermute, dass das so ein bisschen der Eigenverlag von den Herausgebern oder von einem der Herausgeber ist. Die Herausgeber sind Sascha Müller und Larps Kowalski. In dem Comic, in dem Heft sind zehn Comics drin und das ist eine Anthologie, wie der Name sagt, von Comics, die so in den 70er Jahren in Deutschland, in anderen Comic-Anthologie-Heften erschienen sind, die es so nicht mehr gibt. Also Zack ist noch so eins der größeren, prominenteren Vertreter dieser Gattung, aber so in den 70er Jahren gab es da noch so diverse andere, die aus verschiedensten Ländern einfach Kurzcomics abgedruckt haben, diesem Heft jetzt eben einige Beispiele versammelt und die Idee ist, dass, ich weiß nicht, so drei- oder viermal im Jahr so ein Heft rauskommt, also das nächste kommt, soll im Juni rauskommen. Und dass da eben solche Geschichten nachgedruckt werden, die auch in sich geschlossen sind, also nicht in Fortsetzungsgeschichten, die teilweise ein paar Seiten lang sind oder manchmal auch nur Einseiter sind und einfach querbeet so durch die verschiedenen Länder, also europäisch, amerikanisch hauptsächlich, aber auch so durch die unterschiedlichen Stile und Genres hier in so einem Heft versammelt werden. Ich sag mal kurz, was da so für Titel drin sind in diesem Heft und dann könnt ihr mir später sagen, was ihr davon so kennt. Die erste Geschichte heißt Orgo, der Unüberwindliche. Dann haben wir Popeye, Chico, die Fratze, Flip und Flap. Flip und Flap ist übrigens clever und smart, hieß damals nur in Deutschland noch nicht clever und smart. Mutter hat immer recht, Süffel und Sabbel, Käpt'n Knaller, Jack Palmer auf der Flucht und Johannes Schlaumeier, unglaubliche Abenteuer eines unbekannten Helden. Ähm, ich gehe davon aus, auch ihr, also über Popeye und clever und smart hinaus, ähm, sagt euch wahrscheinlich auch nicht ganz viel davon was. Als ich dieses Heft in die Hand genommen habe und reingeblättert habe, um mal zu sehen, was das so ist, bin ich an einer Seite besonders hängen geblieben, die dann auch so eigentlich so den Ausschlag gegeben hat für mich, das Heft mitzunehmen und mal anzuschauen, weil ich das sehr, sehr spannend fand, denn zu diesen zehn Comics, diese zehn Comics hinaus, die ich gerade aufgezählt habe, ist noch ein einseitiger Werbecomic mit drin von, äh, Duplo Schokoriegel. Und gerade so, ähm, dieses, ja, dieses Subgenre Werbecomic oder auch Industriecomic, so gewerblicher Comic ist ja etwas, was so im, im Comicladen an sich nicht vorkommt und deswegen auch nicht so richtig viel stattfindet, also da muss man schon sehr auf, speziell auf dieses Thema interessiert sein in der, in der Comic Forschung oder so, ähm, dass, dass man sich damit beschäftigt. Ich kenne natürlich aus meiner Kindheit auch noch so verschiedene, ja, Werbecomics, die eigentlich so regelmäßig erschienen sind. Früher waren es zum Beispiel in den, in den Kabardosen waren oben so unterm Deckel immer so, so kleine Piccolo-Hefte drin, eben mit Abenteuern irgendwie so von diesem Kababären und seinen Freunden und so, oder, ja, solche Sachen. Und irgendwann geht sowas halt auch verloren. Sowas wird nicht wieder aufgelegt, sowas findet man irgendwie nicht oder in der Hör zu, die, die Mäcki, ähm, Geschichten, ähm, wenn man das Heft nicht kauft, dann, dann geht es auch irgendwie verloren und dann ist es weg. Und deswegen fand ich es umso spannender, dass eben in diesem, in diesem Heft jemand sich gedacht hat, ich drucke jetzt hier so quasi Comics meiner Kindheit nach, die, die so nicht mehr so gut zu finden gibt und packt dann da eben auch so einen Werbecomic mit rein, so wie er früher eben in so einem Heft vielleicht auch mit drin gewesen ist. Und auf einer anderen Seite ist dann auch noch so eine, das ist dann kein Comic, das ist dann auch nur so eine, so eine kleine Anzeige, ähm, für einen Briefmarkenversand, für Briefmarkensammler eben auch irgendwie so aus, aus der Zeit mit damals. Also so kleine Details, um diesem Heft so ein bisschen den, ähm, den Anstrich zu geben. So kenne ich Kinder, äh, so kenne ich Comics aus meiner, äh, Kindheit und Jugend in den, in den 70er Jahren. Ähm, diese erste Geschichte, Orgo der Unüberwindliche, ist eine, eine Geschichte von Jack Kirby, äh, so eine Science Fiction Monster Geschichte, ähm, dann eben andere Sachen, sind so europäische, äh, Funny und Gag Comics, dieses Chico ist zum Beispiel, das, das kommt so ein bisschen Donald Duck mäßig daher, da geht's auch um so eine, ja, ich nehme auch an, dass es eine Ente ist, allerdings statt, statt einer weißen Ente, wie bei Donald Duck ist es hier eher eine schwarze Ente, der auch irgendwie so zwei, weiß gar nicht mehr, Söhne oder Neffen hat und irgendwie die so ein bisschen Quatsch machen, also das scheint, äh, ein, ein bisschen so ein, ein, ein Donald Duck inspiriertes, ähm, Ding zu sein. Und dann sind, ja, wie gesagt, clever und smart drin und dann noch so andere, ähm, Science-Fiction-Geschichten, manche auch so mit so einem, ja, ein bisschen so, mit so einem didaktischen Inhalt, so, so belehrende, äh, Sachen, wie man es damals vielleicht noch häufiger hatte und dann aber wie gesagt eben auch sowas wieder so, so europäische Funny-Abenteuer-Comics, dieses Süffel und Sabbel fand ich zum Beispiel ganz, äh, spannend, da geht's irgendwie um so einen, ja, wie so ein, wie so ein Trapper, der mit einem, mit einem Bären zusammen wohnt in so einer Blockhütte und die dann irgendwie von so, ähm, ja, Western-Typen irgendwie so ein bisschen überfallen werden und so und, äh, und dann dieses Käpt'n-Knaller ist so ein Priaten-Comic, also, so querbeet, äh, wie gesagt, durch so alle Geschichten durch, Popeye ist natürlich bekannt. Also das ist schon für eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe, also Menschen, die sich von die Comics deiner Jugendzeit angesprochen fühlen, deren Jugendzeit in den 70er-Jahren lag, oder eben, äh, so Menschen wie, wie mich, die sagen, ich finde, das ist ein, irgendwie ein spannendes Projekt, das gucke ich mir mal an, ich würde mir davon jetzt sicherlich nicht jedes Heft holen, aber an sich fand ich die Idee ganz cool, dass eben jemand so, so Nachdrucke macht von so einer, ähm, ja, speziellen Zeit und, ähm, ja, Sachen, die es so einfach nicht mehr wirklich gut bei uns zu finden gibt, einfach um da ein bisschen wieder so eine Neuroskologie irgendwie auch aufleben zu lassen, aber auch um, ja, Comics nicht einfach nur in der, in der Vergangenheit vergessen, ähm, zu lassen, sondern ihnen auch irgendwie noch ein bisschen ein weiteres Leben zu geben. Was mich gestört hat bei diesem Heft, es gibt keinen redaktionellen Inhalt in dem Sinne, äh, dass es noch nicht mal bei den Geschichten dabei steht, von wem sie sind. Es gibt im Vorwort, sind so ein paar einzelne Leute erwähnt, ähm, das dann eben Luciano Botaro, äh, Sufl und Sabbel gemacht hat, äh, Jemé Manu, Käpt'n Knaller, Jack Kirby, diese Orgo-Geschichte und Francisco Ibanez Flip und Flap, ähm, und das war's dann aber auch schon. Bei den Geschichten selbst, ähm, wie es halt früher häufig auch der Fall war, wenn da keine, ähm, Credits irgendwie mit dabei sind, ähm, hat man sich hier auch nicht dazu entschieden, redaktionell die dann irgendwie noch zu ergänzen, äh, und sei es irgendwie hintendrin in einer, in einer Liste, dass man dann vielleicht irgendwie reingeschrieben hätte, hier, die Geschichte ist von dem Zeichner und dem Autoren und die Geschichte ist von den Leuten oder irgendwie sowas. Sowas gibt es hier nicht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, wenn man schon so ein Nostalgie-Projekt macht. Diese Information hätte ich dann gerne. Also gerade jetzt diese Chico-Geschichte zum Beispiel, die hat mir sehr gut gefallen. Also auch wenn es so ein bisschen so ein Donald Duck-Rip-Off ist, ähm, aber, äh, an sich fand ich die, fand ich die schön gezeichnet und, und hatte Spaß damit, aber steht nicht dabei, von wem das ist. Und das hätte mich jetzt eben interessiert, da irgendwie noch, noch mehr drüber zu erfahren. Also da, finde ich, könnte man noch nacharbeiten. Ähm, jo, äh, das war's dann im Grunde eigentlich auch schon. Wie gesagt, ähm, die, ich denke, die Zielgruppe auch unter unserer Hörerschaft, ohne die jetzt halt genauer zu kennen, ist für dieses Heft wahrscheinlich nicht besonders deckungsgleich, aber ich fand's ein, ein interessantes Projekt. Ähm, die, die Menschen, die da dahinter stecken, ähm, wollen das, wie gesagt, auch weiterführen, haben auch schon angekündigt, dass sie vorhaben, auch so dickere Sammelbände dann zu bestimmten Genres zu machen. Äh, und dass sie auch irgendwie mit Bastei in Verbindung stehen und durch deren Archive mal durchzugehen. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man so alte Comics wieder rausbringen will, erst mal rauszufinden, wer hat überhaupt für die Rechte und wo kriege ich die Rechte her? Sind die überhaupt frei und kann ich mir auch leisten, sowas zu machen? Ist ja doch irgendwie ein relativ kleines Projekt. Ähm, ja, aber ich finde es ganz, ganz spannend, äh, wird es mal weiter im, im Auge behalten oder versucht es zumindest. Ähm, was daraus wird, beim Comicsalon werden sie dieses Jahr noch nicht vertreten sein, aus terminlichen, ähm, Gründen, aber wollen dann in zwei Jahren dann auch mit dabei sein. Also ich bin, bin gespannt. Äh, Breedstorm, weil wir beide jetzt ja nun die Ältesten hier in dieser Runde sind, ähm, hast du irgendwas wiedererkannt von den Titeln, die ich da irgendwie gesagt habe? Kennst du da irgendwas aus deiner Kindheit vielleicht? Ne, tatsächlich auch nur die zwei, die du genannt hast, also Kirby und, ähm, clever und smart, klar. Aber, ähm, ja, also das ist so für den typischen Zack-Leser, glaube ich, gemacht, ne? Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch Peng genannt und von der, von dem Cover-Aufmachung her ist es dem Zack ja auch sehr ähnlich. Und, äh, da sind wir einfach tatsächlich dafür noch einen Tick zu jung. Vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre zu jung einfach. Und, äh, weil wir sowas jetzt, also ich persönlich sowas nicht mehr am Kiosk gesehen hab. Da gab's andere Sachen, ne? Ja, im Vorwort heißt es irgendwie so, neben Magazinen wie Zack, Cobra, Primo und Yps gab es Felix, Bessi, Wastel, Popeye, Fix und Foxy, Gespenstergeschichten, Schweinchen, Dick, Pepito, die Helden des Marvel-Universums und die Helden von DC, Helga, Mütek, Rex, Danny, äh, Rex, Danny, Phantom, Andrax, die Pichelsteiner und, 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 und seltsame Comics. Oh ja, die gab es auch, Vampirella, Metallmenschen, Prafter und so weiter. Ähm, sind auch so ein paar Cover dabei auch eben abgebildet von so älteren Magazinen von damals. Und klar, also hier Silberpfeil ist jetzt zum Beispiel mit abgebildet. Das ist ein Comic, den ich aus meiner, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnere, wo ich weiß, da hatte ich auch mal Hefte. Das waren so Hefte, die es so im Supermarkt damals irgendwie gab. Ähm, äh, und klar, hier so Gespenstergeschichten und Dracula, Fix und Foxy, das, das kenne ich auch irgendwie noch so. Felix, ähm, kommt mir auch noch so ein bisschen bekannt vor. Ja. Aber so, ja, so ganz starke Erinnerungen daran dann eben auch nicht mehr. Das war dann, glaube ich, eher auch so die, die auslaufende Zeit. Also das war dann, als ich dann irgendwann als Kind Carlsen Comics dann entdeckt habe und Spirou und Fantasio, da habe ich dann nicht mehr Silberpfeil, ähm, gelesen. Kennst du Bessie noch? Ja, klar. Ja, genau. Ja, das ist auch noch so ein Titel, den ich von damals noch kenne, ja. Ja. Und, äh, wie gesagt, das ist, also die Zielgruppe dafür scheinst zu geben, wenn du solche Sachen suchst im Netz, gerade jetzt so Bessie, Silberpfeil, was du angesprochen hast, das habe ich tatsächlich viel von der älteren Verwandtschaft noch irgendwie gelesen, die halt tatsächlich diese sechs, sieben Jahre älter waren. Wenn du sowas kaufen willst, äh, weil du sagst, ich hätte mal wieder Bock, ein bisschen Bessie zu lesen, was so eine Art, äh, Lassie im Wilden Westen eigentlich ist, dann, ähm, dann wirst du dafür sehr viel Geld hinlegen müssen und, äh, das haben die sich vielleicht auch gedacht, dass da so, dass du das momentan einfach sehr schlecht nachkaufen kannst, ja. Ja. Ein ähnliches Konzept hat ja vor einigen Jahren, äh, Yps gefahren, ne, da gab es ja auch eine Neuauflage, die, ähm, auch ältere Sachen, Comics und vor allem die Gimmicks wieder rausgebracht haben, aber die hatten zum, die hatten natürlich noch einen sehr großen redaktionellen Teil und haben teilweise dann auch neue Artikel zu irgendwelchen Retro-Themen geschrieben, also das, da war der Ansatz ein bisschen anderer hat dann aber langfristig, glaube ich, auch nicht geklappt, also gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Also Yps habe ich zum Beispiel auch viel gelesen als Kind, äh, zwar klar, fand ich die Gimmicks irgendwie halt cool, also ich habe jetzt nicht jedes Jahr viel gekauft, aber wenn ich das Gimmick irgendwie das Spiel so cool fand, dann habe ich's halt gekauft, aber da habe ich auch wirklich, wirklich richtig gerne die Comics eben gelesen, also ich glaube, Gespenster AG hieß das, da war ich großer Fan von, ich wüsste nicht, ob ich heute irgendwie an sowas rankommen könnte, vielleicht gibt's irgendwelche Scans im Internet oder so, aber ansonsten ist das wahrscheinlich tatsächlich eher schwierig, da an sowas ranzukommen. Andi, äh, du bist jetzt dann wieder, ich sag mal ganz grob, noch eine, eine Leser-Generation nach uns, du hast wahrscheinlich gar keine Beführungspunkte, äh, zu diesen Sachen, du hast ja dann eher schon mal auch über, über, ähm, Abba-Faxe oder sowas gesprochen aus, aus deiner Kindheit. Wie findest du so ein Projekt, äh, findest du das interessant, findest du das spannend, ist das was, wo du reinschauen würdest, um auch was so ein bisschen Comic-Historisch, Comic-Historie in Deutschland, äh, mal, mal mitzukriegen oder ist das für dich gar nicht interessant? Das sind genau die Gründe, um da mal wirklich reinzuschauen und genau deshalb hätte ich hier auf jeden Fall auch noch eine redaktionelle Bearbeitung gebraucht. Wer, ähm, wenn ich jetzt mal den Vergleich zu Cosmic zum Beispiel ziehe, dieser Science-Fiction-Anthologie, die am Ende dann immer noch drei, vier, fünf Seiten zu irgendeinem Thema halt machen, das nicht unbedingt was mit dem Inhalt zu tun hat, aber schon zu Science-Fiction-Autoren zum Beispiel, dann ist das definitiv, glaube ich, hier ein Mehrwertmoment, den ich jetzt aktuell noch nicht unbedingt sehe und da würde ich gern, bevor ich meine kritische Rückfrage stelle, erst einmal wissen wollen, wie sieht es eigentlich aus mit der Verarbeitungsqualität, also Papier und so, was hast du da in der Hand, wie ist es verarbeitet? Ja, also das ist gut gemacht, das ist ein, 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 ein stabiles, getackertes Heft, ähm, eben mit 42 Seiten, wobei auf dem, auf dem Backcover sogar auch noch irgendwie ein paar Comic-Strips mit drauf sind, also an sich sind es sogar mehr, ähm, ja, so ein, so ein Glanzdruck oder so, ich bin, bin da jetzt leider mit der Terminologie nicht komplett firm, aber, ähm, nee, es ist, es ist gut gemacht, es ist ein anständiges, anständiges Heft, von dem ich jetzt keine Angst habe, dass es mir zwischen den schwitzigen, äh, den schwitzigen Fingern davon schmilzt, also das, das, das passt alles, also da, ähm, habe ich tatsächlich keine Beschwerden, ähm, ich finde eben tatsächlich nur, also das, wo ich, also, selbst wenn man jetzt nicht, ähm, über das Vorwort hinaus einen größeren, mehrseitigen, ähm, einordnenden Text oder sowas mit da, mit da reinmacht, weil man, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee dahinter ist, wir wollen halt wirklich jetzt kein Archivprojekt machen, sondern wirklich Comics, das die Leute auch, äh, auch lesen und wo es jetzt nicht nur irgendwie um wissenschaftliche Bearbeitung geht oder sowas, aber ich finde halt die Nennung der, der Künstler finde ich halt ein, ein Minimum, also das sollte auf jeden Fall der Fall sein, ich meine, das ist, wissen wir alle, allein schon über, über Karl Barks und so, dass früher immer hieß, oh, Namen wurden nicht genannt, aber jeder wusste irgendwann, es gibt den einen guten Duck-Zeichner und irgendwann später hat man dann rausgefunden, das ist Karl Barks und dann sagen wir immer alle, aber heutzutage sind wir ja zum Glück nicht mehr in dieser Situation, mittlerweile werden ja solche Namen genannt, ähm, und das mag authentisch sein, diese Comics einfach so nachzudrucken, wie sie in den alten Heften auch drin sind, wo die Namen nicht genannt werden, außer in den seltenen Fällen, hier bei Süffel und Sabbel steht zum Beispiel unter dem Titel einfach drunter von Bottaro, das war damals dann offensichtlich auch so, aber wo das eben nicht der Fall ist, finde ich schon, dass das ein Minimum ist, dass man das dann mit dazu schreibt und da zumindest, wie gesagt, irgendwo eine Liste oder was reinmacht, dass man dann eben weiß, Orgo ist von Jack Kirby und nicht nur deswegen, weil es im Vorwort steht, sondern weil einfach auch alle Künstler von so einem Heft dann auch irgendwo mitgenannt werden. Ja, und da ist natürlich dann genau der Punkt, wo wir uns vielleicht einfach mal vergleichsweise den deutschen Comicmarkt mal ganz grob angucken müssen, nämlich die Frage auch, was verkauft sich denn da gerade? Wenn wir den Kassenschlager und letztlich einzigen Punkt der Comicläden gerade überhaupt noch am Leben hält, die Mangas mal ausklammern wollen, dann sind auf dem deutschen Comicmarkt neben großen Serien wie Asterix und Co., auch die will ich noch ausklammern, gerade sehr erfolgreich so Premium-Produkte. Du nimmst dir also eine Reihe, die vielleicht schon eine gewisse Lesensschaft hat, die gern auch schon vielleicht nicht mehr existiert und packst die nochmal zwischen richtig geile Hardcover in einem richtig tollen Band, einfach als Premium-Produkt, für das du auch als Reprint ein paar Euro mehr verlangen kannst. Das verkauft sich wirklich gut, dafür gibt es ein Publikum. Ich kann mir vorstellen, dass tendenziell Peng auch genau ein solches Publikum anspricht. Die Frage ist, ob wir hier mit 9,95 Euro und 42 oder 44 Seiten solch ein Premium-Produkt in der Hand haben oder irgendwie dann halt doch nicht, weil es halt auch eine ganz andere Größenordnung ist. Wie sind da deine Einschätzungen? Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Klar, diese ganzen Archivprojekte und Luxusausgaben und so, wie du schon gesagt hast, da gibt es eine Sammlerschaft hauptsächlich dafür. Ich weiß gar nicht, ob die immer gelesen werden. Hauptsächlich werden die Sachen wahrscheinlich gesammelt, weil sie dann eben auch schön im Regal sind und dass das in der Produktion meistens sinnvoller ist, irgendwie so eine, weiß ich nicht, 500er-Auflage von einem Luxusband zu machen, den man dann teurer verkaufen kann, als eine 2000er-Auflage, die günstiger wäre, von denen man aber trotzdem nicht mehr verkauft. Das sind ja häufig auch so wirtschaftliche Gedanken da mit dahinter. Ich finde es an sich sehr sympathisch, dass das als Heft daherkommt und das eben nicht als so ein Sammelobjekt für teures Geld, auch wenn 10 Euro natürlich für dieses Heft nicht wenig sind. Wir werden ja später über Horrorschocker sprechen. Da liegen wir bei einem ganz anderen Preispunkt. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, wie das ist. Wie gesagt, die ganzen Lizenzen einzuholen für diese Geschichten da drin, was das monetär ausmacht und was das für ein Arbeitsaufwand ist auch und so. Und hier, wie gesagt, in einer besseren Papierqualität, als es jetzt vorhin zum Beispiel bei Goodboy der Fall war. Das macht natürlich auch wieder was aus. Also ich hätte es wahrscheinlich sogar sympathisch gefunden, wenn das auch wieder auf billigerem Papier wäre. Aber da ist man dann wahrscheinlich dann doch an der Zielkundschaft dann wieder vorbei. Also ich glaube schon, dass das nicht komplett verkalkuliert ist. Also dass die Menschen, die sich dafür interessieren, dass für die 10 Euro auch irgendwie okay sind dafür. Aber man muss eben auch wirklich schon ein Herz für dieses Projekt und für diese Comics haben, da ein Liebhaber, eine Liebhaberin dafür sein. Aber es richtet sich auch einfach nicht an eine jüngere Leserschaft oder an eine neue Leserschaft. Also es gibt, also das Ding wird vertrieben über PPM, den Peter Polo da, Medienvertrieb, das steht auch hinten mit drauf. Und auf der PPM-Website gibt es auch ein kürzes Interview mit Laps Kowalski zu dem Projekt, wo er ein bisschen was darüber erzählt. Und da sagt er auch ganz offen, dass, also er wirkt da tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen wie so dieser ältere deutsche Mann, der mit den Gewohnheiten der Jugend vielleicht nicht so ganz mehr einhergeht, wo auch sagt, ja, quasi Kinder interessieren sich ja nicht mehr für Comics, sondern nur für Bewegtbild und Manga. Also das ist gar nicht das Ziel, da irgendwie eine andere Leserschaft irgendwie damit zu erreichen, sondern eher so, ich möchte das wiederhaben, was so in meiner, was ich so in meiner Sammlung noch habe von früher oder wie ich es kenne. Und für mich und meine Genossen lege ich das jetzt nochmal auf. Und ja, also wie gesagt, an sich finde ich das ein ganz cooles Ding. Also es muss ja auch nicht jeden erreichen. Es muss ja nicht für jeden sein. Also ich finde schon, dass das vollkommen okay ist. Und wie gesagt, also als historisches Projekt, also ein bisschen zumindest auch aus, ja, Wiederbelebung oder so teilweise Archivierung von so alten Comics, finde ich das schon interessant. Nur eben, wie gesagt, ich finde inhaltlich oder redaktionell kann man da noch nachbessern. So, Patrick, fühlst du dich alt genug? Interessiert genug für so ein Projekt? Oder sagst du dir das? Naja, ist das nett, dass es das gibt, aber nicht für mich? Ich weiß, das klingt zumindest so, als könnte man sich damit gut mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich hätte mir da auch, wie ihr alle, mehr Transparenz wünscht. Gerade, wenn ihr dieses Kyle Buggs hier mal anspricht, wo immer nur gesagt wurde, ach, das ist der gute Zeichner. Ja, irgendwie habe ich das gerne in Sammelbänden oder generell, dass dann auch die Künstler und die Autoren darin gehuldigt werden. Das fehlt mir hier. Trotzdem würde es mich mal interessieren, auf was die Leute so in den 70ern gestanden haben, beziehungsweise was so die Ursprünge da von Marvel und sonst was gewesen wären. Also es klingt zumindest für so einen kleinen Zeitreisetrip sehr interessant. Ja, genau so würde ich es eben tatsächlich auch einordnen. Wenn man jetzt nicht selber die 70er Jahre als Kind oder Jugendlicher miterlebt hat, dann ist es eben so ein kleiner Einblick in die Vergangenheit der deutschen Comic-Landschaft, was damals so verlegt wurde, was man heute vielleicht einfach nicht mehr so richtig sieht. Okay, dann Patrick, mach doch direkt mal weiter mit deinem nächsten Comic. Also ich habe ja jetzt den letzten Monat nicht unbedingt viel machen können. Also habe ich mich an eine Vertigo-Reihe herangetraut, die ich bisher nur aus den Augenwinkeln kannte. 100 Bullets von Eduardo Brisso und Brian Azzarello. Das hat mindestens mal einen Eisen Award und einen Harvey Award bekommen. Und aktuell gibt es eben eine Deluxe Edition. Da sind circa drei Bände drin. Und in der Reihe geht es eben um einen gewissen Agenten namen Agent Graves. Der kommt immer wieder an zerstörte Existenzen ran und gibt ihnen einen Koffer mit einer Pistole und 100 Kanonenkugeln und gibt denen dabei so eine Akte, wo steht, ja okay, die Person ist dafür verantwortlich, dass sein Leben zerstört wurde. Wenn du mit dieser Pistole Leute umbringst und die Pistolenkugeln werden am Tatort gefunden, dann ist das nicht nachvollziehbar und die Ermittlungen werden sofort eingestellt. Und diese Existenzen fangen dann an, sich auf ein Rachefeld zu begeben. Und irgendwann kristallisiert sich heraus, dass dieser Agent Graves natürlich irgendwo in einer Verschwörung mit drin steckt und dass da andere Parteien auch quasi mit einwirken und diesen Agent Graves eigentlich tot sehen wollen, beziehungsweise eigentlich für tot gehalten haben. Und dass Agent Graves und diese anderen Parteien im Hintergrund benutzen diese ganzen zerstörten Existenzen eher wie so Schachfiguren, um ihren eigenen Willen durchzukriegen. Bisher muss ich da eben leider sagen, ist es so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von Story an Story an Story. Du merkst immer wieder diese zerstörten Existenzen und wie die dann eben nach und nach so ihr in ein Rachefeld zu kriegen. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr roten Faden dahinter gewünscht. Bin auch recht zuversichtlich, dass das noch passiert, weil ich weiß eben, wie der von Brian Azarello und Eduardo Rizzo, dass die ein ziemlich gutes Team sind und dass die eben auch sehr, sehr eingespielt sind. Und man merkt schon innerhalb dieser Hefte, dass sich da die Erzählweise von denen schon relativ schnell einpendelt und da das Ganze deutlich schneller, organischer anfühlt. Und trotzdem war ich da relativ motiviert, habe diese 20 Hefte, die in diesem Deluxe-Band enthalten sind, innerhalb von einem Tag und ja, keine Ahnung, anderthalb Tagen circa gelesen habe und da schon angefixt war. Aber wenn man das jetzt mit anderen Cross-Cult-Titeln vergleicht und wir reden da wirklich von extrem geilen Titeln wie Preacher, Transmetropolitan, Why the Last Man, das ist immer noch gut. Aber er fällt im Vergleich zu diesen anderen Ikonen ein bisschen ab. Das ist immer noch sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Bei irgendwas hat mir noch gefehlt und trotzdem bin ich motiviert genug, da dem Ganzen eine weitere Chance zu geben. Einfach weil Azarello, der hat einige sehr gute Storys geschrieben. Eduardo Rizzo, der zeichnet auch ziemlich gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht unterhalten wurde. Deswegen, ich gebe dem Ganzen eine Chance und hoffe, dass sich da dieser rote Handlungsfaden noch ein bisschen mehr herauskristallisiert. Und Agent Graves ist wirklich ein Arschloch allererster Güte, wie er da diese Fäden im Hintergrund da zusammenzieht. Wo ich vielleicht noch einen kleinen Vorwurf machen könnte, mittlerweile wirkt das schon ein bisschen mehr wie GTA als authentisch so klischeehaft, wie die miteinander umgehen, wie die Ghettos da dargestellt werden. Aber gerade durch Sin City und Criminal bin ich eben gerade in der richtigen Atmosphäre dafür gewesen. Also ein wirklich guter Comic nur. Irgendwas fehlt mir noch, um das besser zuordnen zu können. Aber das ist bisher nur der erste von fünf Bänden. Und ich bewerte ja sonst ungerne Storys irgendwo in der Mitte. Aber ich dachte, nach 20 Käften kann ich da schon mal sowas wie so einen Ersteindruck geben. Mal sehen, wie sich da die Meinung innerhalb der nächsten Bände einpendelt. Also den zweiten Band werde ich mindestens noch eine Chance geben. Gut unterhalten wurde ich ja. Und 100 Bullets ist so eine der letzten großen Vertigo-Serien, die ich damals gelesen habe, in Heften noch. Also die US-Hefte, die rausgekommen sind. Allerdings nicht zu Ende, weil ich dann einfach mit Einzelheften aufgehört habe und dann irgendwann so ein bisschen den Anschluss verloren habe. Das ist so ein Projekt, das ich immer mal noch zu Ende führen möchte. Ich habe mir dann auch, es gibt die amerikanischen, diese fetten Sammelbände. Das ist wahrscheinlich das Äquivalent von dem, was du jetzt hast. Also es gab halt diese normalen Trade Paperbacks, die irgendwann rausgekommen sind. Das sind keine Ahnung, 13 Stück oder was das dann irgendwie damals waren. Und dann haben sie eben diese Dicken rausgebracht. Und da habe ich mir dann auch irgendwann mal den ersten Band davon geholt, weil ich dachte jetzt, ich gehe das jetzt nochmal an und lese die Reihe nochmal komplett. Bin aber auch da noch nicht wirklich weitergekommen. Also ich muss auch das eigentlich nochmal anfangen und da mal weitermachen. Weil eigentlich 100 Bullets war so eine Serie, von der ich auch total begeistert war damals. Also mich haben, das war so ganz, also Don't judge a book by its cover, aber da haben mich auch wirklich die Cover angesprochen. Also Dave Johnson hat da, ich glaube für alle hunderte Hefte und dann auch für die Paperbacks und so die Cover gemacht und für mich eine der besten Cover-Reihen überhaupt. Dave Johnson an sich sowieso ein ganz, ganz großer Künstler. Und gerade seine 100 Bullets-Cover fand ich komplett fantastisch. Und dann aber auch tatsächlich der Inhalt. Also Eduardo Rizzo, ganz, ganz tollen Strich. Also sehr, sehr markant, sehr hoher Wiedererkennungswert, sehr eindeutig, dass er das ist. Und fand ich richtig toll. Und dann Azarello, das ist ja so einer eben aus dieser Reihe von diesen Hard-Boiled-Crime-Comic-Autoren, wie eben auch Ed Brubaker und Greg Rucker und Brian Michael Bendis in seinen Prä-Marvel-Tagen und so. Also ich fand, wie gesagt, damals fand ich es richtig großartig. Mir fehlt aber tatsächlich auch so der Blick aufs Ganze. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie viel ich gelesen habe. Ich schätze mal so ungefähr die Hälfte von der Reihe, so rund um Nummer 50 oder so, habe ich wahrscheinlich gelesen damals, aber ist eben auch schon lange her. Breedstorm, hattest du Berührungspunkte mit 100 Bullets? Ja, habe ich seinerzeit auch gelesen und ich habe es leider auch zu abgehackt gelesen, sodass ich auch da denken würde, ich müsste es vielleicht nochmal lesen, wenn nicht so viel Ungelesenes hier auch noch rumstand. Aber es ist halt auch nicht so hundertprozentig, dieses Gangster-Ding ist nicht so ganz mein Genre. Also irgendwas stört mich da dran immer. Es sind tatsächlich vielleicht die vielen Klischees, die dann immer so kommen. Anni, wie ist das bei dir? Ob mich das jetzt, also wie das aussieht, ja gut, also ich habe die Reihe glaube ich sogar in mindestens einem Band hier stehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sogar den ersten und auch die deutschsprachige Version von Panini hier gelesen habe. Ich glaube schon. Ich habe die jetzt aber auch nicht als sonderlich herausragende Erinnerung, diesen ersten Band und das ist glaube ich exakt alles, was ich zu 100 Bullets beitragen kann. Ja, dann sind wir mal gespannt, wenn der Partik jetzt dann tatsächlich weiterliest, was er dann so weiter berichten wird. Dann macht er vielleicht irgendwie noch so in zwei Sätzen mal irgendwie ein Follow-up oder so oder sagt uns zumindest, wie er es fand. Und vielleicht finde ich ja auch dort nochmal die Zeit und die Muße, mich nochmal komplett damit zu beschäftigen. Wahrscheinlich, also ich muss mir wahrscheinlich alle Bände herholen und das dann irgendwann mal in so einem Großprojekt mal durchziehen von vorne bis hinten, wie ich das so mit anderen Wörtigereien auch schon gemacht habe, die ich dann erst nachträglich gelesen habe. Wenn erst mal alles im Regal steht, dann kommt auch irgendwann der Bände. Du hast recht, diese Cover, die sind wirklich sehr, sehr catchy. Das ist wie so ein gutes Album-Cover. Es ist generell so ein Kunststück, das Vertigo hat, dass die Cover, die machen einfach direkt Bock auf mehr. Und dann hast du da auch eine ziemlich coole Kolorierung, die immer die nötige Stimmung darüber bringt. Und ich werde mindestens beim Zwei und Drei noch dranbleiben, weil ich eben wirklich so ein alter Vertigo-Fern bin und mir diese klassischen Vertigo-Titel wirklich fehlen. Und ich hoffe da wirklich, dass sich da dann irgendwie noch das große Ganze herauskristallisiert, ohne großartig mehr sagen zu können. Bisher haben wir nur ein bisschen gesehen, wie so ein paar Schachfiguren gefühlt rumgerückt wurden. Ich hoffe da noch auf den großen Pay-Off. Mal sehen, wie schnell und wann der kommt oder ob das weiter so eine Ansammlung von Geschichten bleibt. Ja, wir werden vielleicht in Zukunft irgendwann nochmal drei Sätze darüber verlieren. Aber dann jetzt für den Moment gehen wir wieder ab zu Breedstorm und Robert Crumb. Ja, ich hatte mich ja in den letzten Ausgaben immer wieder mit Chester Brown und Seth beschäftigt und die haben als große Quelle der Inspiration auch immer Robert Crumb genannt. Und ja, von dem hat mir ja immer, also ich zumindest immer mal so kürzere Sachen gelesen oder es gibt ja auch Fritz the Cat, also ein Film, die nach einer Figur von ihm inspiriert wurde. Den hatte ich schon mal gesehen und da dachte ich, okay, gebe ich mir jetzt mal das komplette Paket. Wobei ich dazu sagen muss, dass Fritz the Cat mich schon, als ich es der erste Mal wahrscheinlich in den frühen 90ern oder so irgendwann gesehen habe, schon damals, wie soll ich das sagen, verstört habe, weil er das mit dem Sex und Gewalt doch ein bisschen übertrieben hat. Selbst für damalige Verhältnisse schon waren 1972, habe ich jetzt gelesen, der erste Zeichentrickfilm, der quasi ab 18 war. Also das muss man sich auch erst mal erarbeiten und ja, eigentlich wäre das eher was ab 21 gewesen, würde ich sagen, weil es da wirklich also verstörende Szenen gibt, Gewalt, Sex, Drogen, alles gleichzeitig. Und das war mir ein bisschen drüber. Aber ich mag halt auch seine autobiografischen Sachen, die er macht. Und mit meinen Ärgern mit den Frauen, das ist genau so ein Band, wo es hauptsächlich um oder wo es nur um autobiografische Sachen aus seinem Leben geht. Man sieht schon so ein bisschen auf dem Cover, er sitzt da in der Schulklasse. Der typische Nord mit der Hörnbrille und den Seitenscheitel, wie wir aus den 60er, 70er Klischees vielleicht kennen. Und hinter ihm sitzt eine Dame und er schwitzt einfach, weil er einfach so fasziniert ist von ihren sehr muskulärsen Unter- und Oberschenkeln. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt, was bei Robert Crump ein wesentlicher Punkt seines Handels immer ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, bis er irgendwann umfällt. Er hat eine besondere Vorliebe für eine bestimmte Art von Frau. Und diese bestimmte Art von Frau zeichnet sich dadurch aus. Also er hat da überhaupt, ihm ist alles egal. Was sehr wichtig ist, ist ein sehr ausgeprägtes Gesäß und sehr ausgeprägte Beine. Das ist ein Fetisch. Er sieht das und er ist sofort hin und weg und kann fast nicht mehr klar denken. Und diese Entwicklung in seinem Leben, die beschreibt er so ein bisschen, wie er dann in der Schule ist, guckt sich seine ersten Mitschülerinnen so an und sieht, was die so tragen. Zu der Zeit, wo er noch viel Rock getragen ist, hat die Sache natürlich massiv vereinfacht für ihn halt auch. Und auch in seinem späteren Leben spielt diese Optik, wie wir es eigentlich auf jedem Buch von ihm eigentlich draußen aufsehen. Diese bestimmte Art der Beine und des Gesäßes spielt für ihn immer eine wichtige Rolle. Und er hat auch keinerlei Scheu, seine Gedanken, die er dabei hat, und darzustellen. Und er weiß halt auch, dass er eigentlich schon ein komischer Typ so ist. Also das ist ihm vollkommen klar. Aber das Ähnliche haben wir bei Chester Brown und Seth auch gesehen. Nicht Seth, sondern Joe Matt. Dass die halt sehr offen damit umgehen, was sie für besondere Vorlieben haben. So kommt es zum Beispiel dazu, dass er eine Szene hat in der Schule, wo er mit einer Mitschülerin, wo er während er in der Klasse sitzt, anfängt, ihr Bein zu berühren. Also schon sehr übergriffig. Aber sie lässt es mit sich passieren. Und dann wird noch gefüßelt, aber man redet nicht drüber. Also er lebt diesen Fetisch mehr oder weniger unentdeckt aus. Außer, dass die ein oder andere Dame ihn dann doch mal an ihren Fuß irgendwie dranlässt. Und das macht ihn jedes Mal vollkommen fertig. Und das ist was, was im Rest seines Lebens halt auch immer da sein wird. Also er lässt sich komplett von seinem Fetisch, muss man da schon sagen, durchs Leben führen. Und trifft dann immer wieder die ein oder andere Dame, die genau diesem Bild entspricht. Er hat dafür, ich muss es gerade nachschlagen, weil ich das Wort noch nie gehört hatte, und nennt sich Steatopygie. Und das beschreibt einen starken Fett am Satz am Steiß. Also wenn wirklich das Gesäß so weit hervorsticht und der Rest des Körpers, das nicht dazu passt, sagen wir mal so. Weil die Oberweite ist ihm komplett egal. Aber er braucht dieses schwer ausgesprägte Gesäß. Und das kommt natürlich bei den Frauen nicht besonders gut an, wenn ihr sie darauf hinweist. Übrigens, du hast hier Steatopygie, weil die das in dem Moment halt nicht sehen. Also es ist wirklich überdurchschnittlich. Und die Zeichnungen natürlich sind göttlich, die er macht. Also ich mag diesen Independent-Ansatz, den er da hat. Und er war ja stilprägend auch in den USA für Independent-Comics lange Zeit. Zeichnungen damals auch noch eine deutliche Geschichte, die man machen konnte gegen das Establishment. Und dadurch ist er irgendwann berühmt geworden. Und das hat aber nicht zur Verbesserung seiner Lage geführt. Denn er war dann irgendwie verheiratet, hat ein Kind und war dann plötzlich berühmt. Und trotzdem musste er diesen Fetisch halt überall ausleben. Und er beschreibt regelmäßig, wie er irgendwelche Damen, die seinem Vorlieben entsprechend auf der Straße trifft, dann mit denen nach Hause geht. Und die dann, ja man muss schon sagen, sehr demütigt eigentlich. Weil er war die ganze Zeit der Nerd, der hässliche Brillenträger, den keiner wollte. Und jetzt ist er halt eine bekannte Persönlichkeit, ein relativ bekannter Zeichner geworden. Und die ein oder andere Dame lässt sich davon halt blenden. Und dann wird dann schon sehr explizit gezeigt, was er mit denen so veranstaltet. Was auch da teilweise echt verstörend so ist, wie er mit den Damen umgeht. Also du könntest das heute so nicht mehr bringen. Ja, in den 60ern, 70ern, wo, sagen wir mal, die Sexualität immer freier wurde und freie Liebe, ole ole, ging das, glaube ich, sehr gut. Aber jetzt, wo die Gesellschaft an sich, wie soll man das sagen, immer etwas brüder wird als vielleicht Generationen davor, da könntest du diese Geschichten einfach nicht mehr bringen. Da wärst du einmal auf Twitter und da wärst du durch, glaube ich. Und es ist selbst tatsächlich mir etwas zu drüber. Er hat dann auch so diese Vorliebe, dass er gerne auf die von irgendwie hinten drauf springt. Das ist fast wie bei Hausmeister Krause, so ein bisschen, ja, da ist der Dackel aufgeritten. Und das scheint, das scheint so ein Ding zu sein, dass er dem wirklich so huckepack-mäßig auf die Damen drauf springt, wo ich sagen würde, okay, da muss er aber schon sehr leicht sein, wenn man das, dass das irgendwie technisch, naja. Jedenfalls, ich fand es super gezeichnet. Es ist auch verstörende Einblicke in seine Vorlieben und in sein Leben. Also er hat ja schon, glaube ich, einiges durch, weil nicht nur dazu macht er was, sondern er macht natürlich auch noch was zum Thema Drogen, die in den 60ern, 70ern natürlich auch omnipräsent waren. Und ja, also es geht schon ziemlich zur Sache. Also es ist sicherlich nichts für zartbeseitete Leute, die da, wie soll ich das sagen, feministischen Ansatz haben, die können den Band gleich zur Seite legen. Also das brauchst du dann wirklich nicht. Aber für mich war es trotzdem interhaltsam, einfach in seinen Kopf mehr oder weniger reinzugucken. seine ganzen, also er ist schon der Obersicko von denen, die ich in den letzten Monaten immer mal wieder so besprochen habe. Das muss man ganz klar sagen. Also bestimmt kein einfacher, netter Mensch, aber das lässt er halt in den Comics halt auch raus. Aufgemacht ist das Ganze von Reprodukt hervorragend im großformatigen Hardcover-Band mit Leinen am Buchrücken und so. Das ist alles super, aber für 30 Euro ist das natürlich auch ganz gut. Sehr dickes Papier, passt sehr gut zu den Schwarzzeichnungen. Hinten waren sie, glaube ich, wie soll ich das sagen, da gibt es so eine Banderole, die über die Mitte des Backcovers gelegt ist, weil er auch da auf einer Dame hinten auf ihrem Gesäß, wie oft habe ich heute schon Gesäß gesagt, drauf sitzt. Also das war ihnen dann vielleicht doch ein bisschen too much, als dass sie das irgendwo in den Comicladen einfach so reinstehen. Und ja, trotzdem sicherlich ein Meilenstein der Comicgeschichte, aber wie viele Bücher muss man sie halt in dem zeitlich-kulturellen Zusammenhang auch sehen, in denen die ganzen Sachen entstanden sind. Also heute ging es auf keinen Fall mehr. Habt ihr Erfahrungen mit Crump? Ich würde sagen, Robert Crump ist ja mittlerweile tatsächlich eine eher umstrittene Figur auch, gerade in der amerikanischen Comicszene, in einer jüngeren Generation eben wegen diesen Themen. Und du hast ja gerade gesagt, muss man in seiner Zeit sehen, 60er Jahre, alles nicht so prüde und so. Und natürlich kommt dann damit dazu, dass das halt auch ein sehr, 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 sehr männlicher Blick ist. Und wir heute einen diverseren Blick auf diese Themen auch haben. Und da dann eben auch so eine nachgewachsene Generation dann sagt, okay, jetzt bleib mir weg mit deinem Altherren-Schmuddelkram und stellt diesen alten Mann nicht auf dieses Podest, auf dem er jahrzehntelang gestanden hat, sondern macht über neuere, jüngere, diversere Sachen. Also ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, so eine Diskussion. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe nicht so viel Robert Crump gelesen, wie ich mit Comic aufgewachsen bin, war er natürlich so einer der großen Vorreiter, aber auch wie du gerade gesagt hast, gerade des Independent Comics, des amerikanischen Independent Comics. Ich finde ihn zeichnerisch auch wirklich stark. Ich sehe seine Sachen auch wirklich gerne, auch wenn ich tatsächlich gar nicht so viele Geschichten von ihm gelesen habe und man das heute natürlich auch ein bisschen anders eben auch einordnen muss tatsächlich. Also gerade so dieses, also ich muss immer daran denken, weil man immer sagt, ja, aber früher war es doch auch okay und so. Und dann muss man natürlich auch immer sagen, okay, aber wer hat denn früher auch quasi entschieden, dass das okay ist und was nicht okay ist. Und dann kommt man relativ schnell daran, dass es natürlich alles Männer waren, die das entschieden haben, dass das okay ist. Und es gibt ja in Deutschland gab es immer diesen Spruch, auch so aus der 68er-Zeit, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Und auch in diesem Satz steckt natürlich eine sehr, sehr männliche Sicht. Also wer zweimal mit der gleichen pennt, also geht es nur darum, wie Männer in dieser Situation quasi betrachtet werden. Äh, klar, okay, egal. Äh, kurzer, äh, seltsamer, äh, historischer Ausflug an die Robert-Crumb-Erfahrungen? Keine, die über diesen Podcast hinausgehen würden. Insofern ist das für mich alles, äh, faszinierend bis abstoßend irgendwie auch. Und ich weiß noch nicht so genau, ob das jetzt was ist, was meinen Lesestapel erweitern wird. Aber wenn der Breed Store mit all seinen Erfahrungen sagt, dass sie das hier teilweise ein bisschen vielleicht nicht verstört oder geschockiert hat, wäre vielleicht das der Grund, da mal einen Blick reinzuwerfen. Also ich finde, das ist so einer, dem man auch gerade, wenn man den mal in der Bücherei oder was findet, es lohnt sich schon mal, sich einen Band anzuschauen. Man muss jetzt sicher nicht das Gesamtwerk vielleicht sich irgendwie reinkloppen für teures Geld. Aber an sich, auch jetzt wieder so aus comic-historischem Interesse, ist er, glaube ich, schon als Figur wichtig genug, ähm, dass man da mal einen Blick hinwerfen kann, wenn man sich mit amerikanischem Independent Comic beschäftigen will. Äh, Breed Store, ich hab dich unterbrochen. Du wolltest was sagen? Ja, also ich glaube, es ging ihm in dieser Zeit, gerade in den 60er und 70ern, gerade darum zu provozieren, ähm, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du natürlich heute nach Paradigmen sozioökonomischer Diversität darin suchst, dann wirst du die nicht finden. Ja, und es geht natürlich, glaube ich, auch darum, wirklich auch offen zu sein und sich verwundbar zu machen und zu sein, wirklich innerstens nach außen zu kehren und sich nicht zu schämen, sondern das wirklich zu Papier zu bringen, was, was ihn innerlich beschäftigt, ähm, und das ist vielleicht nicht immer schön, wie du es ja auch beschrieben hast, ähm, das ist sicherlich nicht, äh, nicht, nicht sozial verträglich dann in bestimmten Aspekten dann auch und damit muss man sich wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie ein bisschen auseinandersetzen oder man lässt es halt auch bleiben, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, okay, ähm, mit Crumb beschäftige ich mich dann halt nicht. Ähm, ich, ja, ordne sowas halt immer ganz, ganz gerne ein, weil ich es halt comichistorisch dann irgendwie auch interessant finde. Patrick, du und Robert Crumb, hattet ihr schon Berührungspunkte? Tatsächlich ja, also ich habe nicht nur diesen Fritz the Cat Film gesehen, ich habe von ihm auch dieses Genesis Buch gelesen, das fällt komplett aus dem Raster, weil es da eben nicht um seine sexuellen Vorlieben geht und ein von der FAZ Literatur, da dieses Fritz the Cat Buch, das ist nicht nur Fritz the Cat, sondern das gibt auch so einen groben Umriss von seinem schaffen und so sehr das umstritten ist, muss ich sagen, er hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert von seinem Zeichenstil, also muss man ihn irgendwo zugute halten, dass er einen sehr prägenden Stil hatte und er hat auch mit Harvey Peaker, der American Splendor gemacht hat, beziehungsweise es geschaffen hat, ja, auch eine Zeit lang zusammengearbeitet, also irgendwo hat er die Comicbranche schon geprägt, aber ob das jetzt so gut ist, wenn dann sogar der Breedstorm schockiert ist, weiß ich nicht, neugierig macht es trotzdem. Ja, gut, ich glaube, es gibt ja auch andere Bände von ihm, die jetzt nicht ganz so in diese Kerbe schlagen, wie jetzt dieser vorgestellte Band, also wie gesagt, ich finde schon, dass es auf jeden Fall zeichnerisch mal ein Blick wert ist, mal bei Chrome zumindest mal ein bisschen vorbeizugucken, auch wenn man sich nicht super tief einlesen muss, ich habe auch nicht sehr viel von ihm gelesen. Ja. Okay, Andi, du hast noch einen auf Lager, dann sprich mal über Alena. Das ist ein Comic, der wurde mir einfach so zugeschickt. Ich weiß, es ist ein bisschen nur First World Problems und ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, nur weil wir was zugeschickt bekommen und in dem Fall wirklich unaufgefordert, was also keine Rezensionsexemplar-Anfrage war, diese Sachen werden nicht grundsätzlich besprochen. Ich habe auch schon Sachen bekommen, über die ich dann nirgends ein Wort verloren habe, aber jetzt war es hier eben so, dass der Insektenhaus Verlag proaktiv diese Dinger verschickt hat, das haben noch andere Menschen bekommen, also ich weiß, dass die Comic-Community da insbesondere was bekommen hat und ich glaube, beim Andi Wolf vom Power Comics Podcast ist da auch so ein Band aufgeschlagen. Und jetzt hat mich das schon irgendwie ein bisschen angesprochen, denn ich hatte da jetzt vor kurzem auch dieses ganz spannende Gespräch beim Comic-Park mit dem Alexander Kaste vom Insektenhaus Verlag und da hat er unter anderem gesagt, dass in deren Portfolio, er sucht halt krasse Sachen. Ich glaube, er hat sogar grenzüberschreitend gesagt, die er für sein Portfolio möchte und jetzt hatte ich von deren Portfolio noch gar nicht so viel auf dem Schirm, hatte unter anderem dieses Schneewittchen-Ding, was der Pettergeier vorgestellt hat. Auch von gehört, das klang alles total azi-fazi und so und hat mich jetzt zunächst nicht angesprochen und war daher irgendwie auch recht überrascht, wie letztlich Mainstreaming Alena von Kim W. Anderson erschienen beim Insektenhaus Verlag geworden ist. Das Ding ist ein Softcover, kommt mit 15,95 Euro in den Handel und steht ganz oben drauf beziehungsweise auf der Rückseite ist eine Trigger Warning, weil hier fünf Sachen drin sind, die man halt vorher wissen sollte. Es ist explizit die Rede davon, dass es eine Graphic Novel ist, Haken dran. Es beinhaltet Horror, Mobbing, Lesbien und Teenage Angst. All das sind Themen, die tauchen hier genau in der Form auch in diesem Softcover auf, das mir insgesamt gut gefallen hat und mich an meine überschaubaren Horror-Comic-Erfahrungen mit zum Beispiel nahezu allem, was es von Hellblazer gibt, erinnert hat. Denn auch dort wurde es in dem, was ich auch teilweise zuletzt bei den Cookies vorgestellt habe, recht brutal. Ihr ist allerdings noch dieser Psycho-Horror-Aspekt irgendwie auch wichtig. Worum geht's? Es geht um Alena, die titelgebende Figur. Auf den allerersten Seiten sehen wir, dass sie ein Gespräch führt mit einer Freundin, die vielleicht ein bisschen mehr ist als bloß eine freundschaftliche Freundin, und zwar auf einer Brücke. Plötzlich kommt es zu einem Cut, wir sind ein Jahr später, diese Freundin ist anscheinend tot und Alena ist auf einer neuen Schule. Ich glaube, das ist sogar so ein Internat, normalerweise zahlt man dick Schulgeld, nur sie kann bzw. muss dieses Schulgeld nicht zahlen. Sie kommt hier zu vergünstigten Konditionen rein und ist aber irgendwie auch in dieser Schule so diese eine, die da nicht so richtig reinpasst. Und deswegen ist das genau die richtige Situation für Teenager-Dramen. Jetzt ist das nicht alles und natürlich wird sie gemobbt und zwar as hell. Sie wird geschlagen in unterschiedlichsten Art und Weisen. Sie wird bedrängt, sexuell bedrängt und das wird auch sehr deutlich dargestellt, weil sie halt wie gesagt irgendwie nicht reinpasst. Und als dann plötzlich das Gerücht kursiert, dass sie selbst am Tod ihrer Freundin, die wir auf den ersten Seiten kennenlernen, schuld sein soll, da hat sie jetzt nicht unbedingt einen Stein im Brett bei ihren MitschülerInnen. Und ja, da entspinnt sich eben eine Geschichte. Hinzu kommt die vielleicht nicht ganz unwesentliche Info, dass sie sich ihre Freundin, wie gesagt inzwischen verstorben, auch noch einbildet. Die ist eine imaginäre Freundin inzwischen, sieht auch von der Darstellung her recht tot aus und ist so in ihrem Geist. Und diese Freundin scheint aber auch Einfluss auf die physische, tatsächliche, echte Welt zu haben und kann dann da für eine ganze Menge Schlamasseln sorgen, was spätestens dann zu einem Problem wird, wenn ihre imaginäre Freundin und sie selbst nicht derselben Meinung sind, wie man zum Beispiel mit dem Jungen, der vielleicht irgendwas von Alena will, umzugehen hat. Hier spielen diverse Themen eine Rolle. Das sind, wie ich schon gesagt hatte, eben auch lesbische Erfahrungen und der Umgang damit, wie kommt das an in einer sonst recht konservativen Schülerschaft, die natürlich da auch alle Geld haben und die reisen können, die alle dieses, wie heißt denn dieses Spiel, wo man so mit so einem Ball, mit so einer Art Fliegennetz oder Fischnetz fangt und herwirft, das steht hier irgendwo, keine Ahnung. Also es ist alles so ein bisschen posch, die spielen jetzt keinen Fußball, sag ich mal. Und das ist schon alles ganz cool. Wir haben hier, glaube ich, acht Kapitel waren es, die uns hier so Geschichten, also die Geschichte einfach erzählen und die Interaktion zwischen den Schülerinnen, insbesondere eben mit Alena und ihren, wenn man so will, den bösen Mitschülern. Und das ist alles ganz unterhaltsam gewesen, es war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Es gibt am Ende einen Twist, ob der jetzt so mega überraschend ist, sei mal dahingestellt. Es ist krass explizit, also wirklich, wenn dann sie von einem Jungen bedrängt wird in irgendeiner Umkleide, dann, wir sehen keine Geschlechtsteile, zumindest nicht in dieser Szene, aber er geht hier halt voll in den Schritt und so und das ist halt dann alles ganz schön krass. Wir haben sehr blutige Szenen, wo Menschen geköpft werden, es in Strömen Blut fließt und so. Das ist schon ganz ordentlich und das ist das wahrscheinlich, was Alexander Kaste meinte, als er von krass gesprochen hat. Ob das jetzt tatsächlich viel krasser ist als Dinge, die wir gesehen haben, auch schon bei Vertigo und mir fällt eben da jetzt explizit auch zum Beispiel der Hellblazer eben ein. Ich habe hier diese gefallene Engelgeschichte angesprochen vor kurzem, glaube ich, hieß die. Das sei jetzt mal dahingestellt. Da, wenn überhaupt, nur weil hier dieser Psychodruck dann eher noch eine Rolle spielt. Das war eine unterhaltsame Geschichte, bei der ich, als ich es im Zug lesen habe, darauf geachtet habe, dass jetzt niemand um mich rum groß in den Comic reinschaut, weil das doch schon was ist, wofür man sich unter Umständen, worüber man sich unterhalten möchte, wenn man darauf angesprochen wird. Es ist eine Empfehlung von mir. Es ist doch, aber trotz dieser teilweise sehr Krassigkeit, es ist dann schon irgendwie auch doch noch mainstreamig genug, was unter anderem auch am Artwork liegt. Soweit ich das hier verstehe, ist das eine One-Man-Show von Kim W. Anderson, der auch schon andere Sachen gemacht hat. Er hat noch eine Graphic Novel namens Love Hurts veröffentlicht, die ich nicht kenne und hat wohl auch schon einen Film gemacht zu Alena, den ich auch nicht weiter kommentieren kann und war auf jeden Fall beteiligt irgendwie natürlich als Ursprungsautor der Graphic Novel. Ich empfehle das jetzt einfach mal all den Leuten, denen zuletzt bei Panini nicht genug Horror erschienen ist, beziehungsweise nicht der richtige Horror, weil es auch wirklich in einem vergleichbaren Format daherkommt. Und wie gesagt, das Artwork dann doch irgendwie so ein bisschen so mainstreamiges Zeug ist, das irgendwie auch bei Panini erscheinen kann. Und ja, Horror, ich weiß, da bin ich ja genau in der richtigen Runde. Patrick, ich glaube, für dich wäre das auch was. Ich kann dazu noch einen kleinen Hinweis geben. Anscheinend wird Kim W. Anderson auch beim Comic-Salon in Erlangen signieren. Und ja, das ist definitiv etwas, das mich vom Thema her interessiert. Auch gerade, wenn du sagst Horror, dass das unbedingt Mainstreamig sein muss, weiß ich nicht. Aber es klingt wirklich interessant und wie sehr die Triggerwarnungen da dann gerechtfertigt sind, hast du wahrscheinlich nicht erwähnt. Ich bin angefixt und werde das definitiv lesen. Mainstreamig ist hier auch wirklich im positivsten Sinne zu verstehen. Ich kenne wirklich nicht so viel vom Portfolio des Insektenhaus Verlags. Aber wenn ich mich an die Leseproben von Schneewittchen erinnere, dann war das halt auch optisch, sage ich mal, Kunst. Und zwar durch und durch, vielleicht auch ein bisschen, ja, einfach, ich weiß nicht, wie man das, das ist halt schon, ich will jetzt, ich weiß nicht, ich finde da gerade nicht die richtigen Worte, aber halt nicht mainstreamig. Und das Artwork hier an der Stelle ist das insofern schon vielleicht das auch einfach ein guter Zugang zum Verlagsprogramm. Andi, könntest du da mal einen Blick reinwerfen wollen? Ich habe ein paar Seiten gesehen, von denen du mal Bilder durchgeschickt hast und fand das zeichnerisch schon interessant. Ich finde das auch, also das, was du so als Mainstreamiger beschreibst, ist, glaube ich, auch das, was mich bei dem Band mehr anspricht als bei anderen Bänden, auch die ich bei Insektenhaus bisher gesehen habe. Also so Grenzüberschreitungen, nur ob der Grenzüberschreitung willen, interessiert mich nicht. Hier scheint es ja dann doch ein bisschen mehr wirklich um eine Narrative zu gehen und auch zeichnerisch jetzt nicht einfach nur darauf aus zu sein, hässlich und krass zu sein, sondern es sah jetzt zeichnerisch wirklich ganz ansprechend aus. Ich habe jetzt natürlich die dramatischeren Sequenzen nicht gesehen, aber wenn ich den mal in die Finger kriege, blätter ich mal rein. Das sah soweit interessant genug aus, dass ich da mal einen Blick hinwerfen würde. Ich finde es ganz spannend, dass der Comic auch schon zehn Jahre alt ist, also in Schweden 2012 rauskommen ist und diese Verfilmung auch 2015, also dass da auch tatsächlich eine Verfilmung dann auch mit nachkam. Ich habe keine Ahnung, wie es in Schweden so ist mit eigenen Comics und dann eventuell auch Verfilmungen von eigenen Comics, ob das jetzt die super Ausnahme ist oder ob das da häufiger mal vorkommt, finde ich einen recht interessanten Aspekt. Also da vielleicht muss ich mich mit Schweden mal noch beschäftigen auch. Okay, Breedstorm, willst du noch irgendwas sagen zum Thema Alena? Nö, würde ich aber auch nehmen. Also das hört sich spannend an. Okay, alles klar. Dann sind wir damit durch mit unseren individuellen Vorstellungen und wir kommen zu unserem gemeinsamen Thema. Cookies Code Authority Wobei wir hier eine Anthologie-Reihe besprechen. Das heißt, wir haben jetzt nicht zwingend alle die gleichen Hefte gelesen, denn wir sprechen über hammerharte Horror-Schocker aus dem Weißblech Comics Verlag, Herausgeber und auch bei vielen Geschichten Texter, Schrägstrichzeichner Levin Curio. Die Reihe erscheint seit 2004, also schon 18 Jahre, schon sehr beachtlich, in bisher 64 Ausgaben. Ich meine, die 64 ist jetzt gerade die allerneueste und ja, da kostet ein Heft 3,90 Euro. Ich finde, das ist ein recht anständiger Preis. Ich kann nicht mal sagen, welche ich gelesen habe. Also ich habe das gratis Comic-Tag-Heft von 2017. Da sind drei Geschichten drin und dann habe ich mir noch die für mich zu dem Zeitpunkt aktuellste Ausgabe geholt, die 63. Die hat 34 Seiten und drei Geschichten und das für 3,90 Euro. Das fand ich ganz okay. Horrorschocker, wie der Name schon sagt, eine Horror-Anthologie. In jedem Heft sind mehrere Geschichten drin, von unterschiedlichen Teams gezeichnet, gestaltet, sicherlich von Menschen, die auch immer wiederkehren in diesen Heften. Wie gesagt, Levin Curio als Mastermind dahinter natürlich mit vertreten und das Ganze dann schon sehr angelegt an so klassische amerikanische, ich sage mal auch so 60er, 70er Jahre Horror-Comics, Tales from the Crypt wahrscheinlich als großes Vorbild. Kommt also in gewisser Weise erzählerisch auch mit einem, ja, mit einem Retro-Charme daher, den man mögen kann oder auch nicht. Fangen wir mal an, Breedstorm. Wie ist deine bisherige Erfahrung vor der Vorbereitung hier gewesen mit Horrorschocker und wie war jetzt dann in der Vorbereitung dein Fazit zu dem, was du gelesen hast? Da hast du ja genau den richtigen rausgegriffen. Also ich habe schon einige Horrorschocker gelesen, teilweise, die ich mir mal in Erlangen oder München geholt hatte am Stand, aber man kann da auf der Verlags-Homepage kannst du dir auch so ein Paket, so ein Schnupper-Paket bestellen. Das hatte ich mal gemacht, wo du wohl für aktuell sind es 11,90 Euro, vier relativ aktuelle Hefte noch von ihm bekommst und das ist ein guter Preis, das habe ich mir mal geholt. Ich habe jetzt aber mit Schrecken festgestellt, dass ich keinen von diesen aktuellen Horrorschockern, die ich gelesen habe, da habe. Stattdessen habe ich jetzt was anderes aus dem Programm genommen, was aber in die Richtung geht und zwar habe ich irgendwann mal geschossen für Lauderber Trash Nummer 4 und darin enthalten ist das 2003er Heft Geile Geister. Ihr lacht jetzt, ihr lacht jetzt natürlich, das Klischee ist wieder erfüllt, aber das ist so ein bisschen auch ein Vorläufer, weil die Horrorschocker ja danach entwickelt wurden und das Geile Geister Nummer 11 ist es hier, was hier abgedruckt wurde. Das war so ein bisschen, ja, die, die, ja, die, die, die oberweiten Versionen von dem, was danach in den Horrorschockern kam. Also man, man hat ja diese, diese, wie soll ich sagen, diese Triple-X-Ausrichtung hat man ja irgendwann im Weißblech Verlag aufgehört, habe ich gelesen und er macht dann halt andere Sachen wie jetzt zum Beispiel auch die Horrorschocker oder Kala, habe ich gelesen, so eine Dschungel-Urzeit-Geschichte ist es. Und den Geile Geister, da sieht man schon direkt auf dem Cover, dass es sehr inspiriert ist natürlich von Gespenster-Geschichten, er hat genau denselben Schriftzug benutzt und ja, mit der Untertitel spannende Geschichten, spannende Geister-Geschichten ist hier nicht so ganz erfüllt, weil es geht schon so ein bisschen um eine Hommage an die alten Gespenster-Geschichten oder Spuk, gab es auch Spuk-Geschichten oder Spuk hieß es, was man so früher im Supermarkt gefunden hat und was der Andi sicherlich auch als Altersgenosse gelesen hat und natürlich Levin Curious, ihr Jahrgang 1977, das heißt, er ist genauso darauf geprägt, dass er, wenn er sowas lesen wollte, einfach in den Supermarkt gegangen ist und einfach mal eine trashige Geister-Geschichte gelesen hat und das war, in geile Geister war das auch so, außer dass die Geister hier gelegentlich noch ohne Oberteil durch die Gegend fliegen und ja, unterhaltsam ist es auf jeden Fall, aber es geht mir auch, wie bei den anderen Horrorschockern auch, geht es mir hier auch so, das kann ich mal lesen, aber es würde jetzt nicht reichen dafür, dass ich mir das jeden regelmäßig ins Abo hole. Also manchmal habe ich so ein bisschen Bock auf sowas und dann reicht mir das auch wieder für eine Zeit. Deswegen, wie gesagt, ich konnte leider die offizielle Prämisse des Horrorschockers lesen nicht erfüllen, aber hier in geile Geister, wo es unter anderem auch sehr explizit zur Sache geht, über eine Dame, die sehr, sehr viel mit Leuten außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr hat und die am Ende zerstückelt wird, kommt dann noch eine moralische Note dazu oder über eine, über ein Model, was ja verunstaltet wird, was dann aber einfach aus ihrer Erfolglosigkeit hinausgeht, weil sie kann dann einfach für Dämonen im Untergrund auftreten mit ihrem Gesicht. Das sind so die Geschichten, die hier Einfluss genommen haben und das passt aber insgesamt in diese, in diese Hommage an ja so 80er Gespenster Geschichten, wie wir sie gelesen haben. Breedst du am Ende? Ich habe tatsächlich zu der Zeit das Zeug nicht gelesen, also Gespenstergeschichten und so habe ich zwar immer gesehen, aber gelesen habe ich sie irgendwie nicht. Also da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen der... Da war kein Gimmick drin, ne? Ja, wahrscheinlich war es das, ja, aber keine Ahnung, ich mochte vielleicht einfach, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach zeichnerisch damals nicht so richtig angesprochen oder vielleicht war ich da auf Horror noch nicht so geprägt. Ich war ja dann doch noch recht jung damals. Ich habe dann echt andere Sachen gelesen. Andi, du hast dich jetzt ja, glaube ich, auch schon generell ein bisschen mehr mit Weißblech beschäftigt in den letzten Monaten. Kamst du jetzt mit der Idee, lass uns doch mal Horrorschocker besprechen. Was waren deine ersten Bührungspunkte und wie fandst du es jetzt in der Vorbereitung? Horrorschocker ist eine Marke ja auch irgendwie, die ich schon länger irgendwie auf dem Schirm habe, eben weil sie zum Beispiel auch beim Rainer F. Engel bei den Veranstaltungen, die es so bundesweit gibt, wo er unterwegs ist, eher seines Zeichens Comic-Künstler. Ja, auch da einfach vertickt. Er ist oft die einzige Vertretung des Verlags bei so Veranstaltungen und wird, soweit ich es in Erinnerung habe, auch in Erlangen den Verlag ein Stück weit repräsentieren. Und tatsächlich habe ich auch den in Erfurt getroffen und habe den auch nochmal konkret gefragt, ey, wie sieht es denn eigentlich aus? Horrorschocker kennst du, ne? Kannst du da nicht ein bisschen was zu sagen? Wie kam es eigentlich dazu? Und jetzt ist Horrorschocker 1 echt schon ein bisschen her. Aus genau dem Grund gibt es die ersten Hefte auch nicht mehr zu kaufen, sondern glücklicherweise inzwischen so Sammelbände, in denen, keine Ahnung, sechs Sachen immer drin sind oder so, glaube ich. Also sechs Hefte gebündelt. Und der hat nach eigener Aussage damals ja sogar das Cover der ersten Ausgabe gezeichnet. Und ich habe ihn mal gefragt, wie gesagt, wie kam es dazu? Er wusste es nicht mehr im Detail, konnte sich aber wohl noch erinnern, dass Levin Curio, der hier maßgeblich an den Geschichten beteiligt ist. Sie fast alles schreibt und glaube ich auch sogar zeichnet, das wüsste ich jetzt immer genau gucken, dass der damals vorhat, letztlich, so hat er es glaube ich formuliert, eine intelligentere Fassung der Gespenstergeschichten zu machen. Ich kenne Gespenstergeschichten nahezu gar nicht. Ich kann das nicht einordnen, auch nicht, was die, sag ich mal, Qualität der Geschichten betrifft und deren Komplexität. Aber er wollte wohl intelligentere Horrorgeschichten als Anthologie veröffentlichen. Und dann ist natürlich dann im Laufe der Jahre das Ding auch mir aufgefallen. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel auch der Andreas Butzbach heißt, der ein ganz toller Zeichner, der mich auch viel an vieles von dem erinnert, was wir so bei Hellboy zum Beispiel zu lesen bekommen, dass der da auch schon Beiträge hatte und viele andere Namen der deutschsprachigen Comicszene. Und ja, wenn du sagst Vorbereitung auf Weißblech, das liegt einfach daran, dass irgendwann dieses Jahr, nächstes Jahr ist alles noch sehr wenig konkret, wir mit dem Levin Curio auch mal ein größeres Gespräch führen wollen. Habe tatsächlich inzwischen, das ist auch schon wieder ein bisschen her, ein paar Abos abgeschlossen, unter anderem auch das von Horrorschocker. Tatsächlich aus rein journalistischen Gründen, denn ich will ehrlich sein, das, was ich punktuell vom Weißblech Verlag schon gelesen habe, war zeitweise Arbeit. Denn es ist eine Art und Weise des Schreibens, mit der ich nicht so richtig viel anfangen kann und konnte. Und da aber schon mal Hinweis auf mein Fazit jetzt hier, die drei Ausgaben, die ich gelesen habe, das ist Ausgabe 63 und 64, die beiden aktuellen, als auch Ausgabe 59, haben mich alle drei sehr positiv überrascht. Und ich würde sagen, dieser eventuelle, ich möchte es fast Mief nennen, alten Erzählens, habe ich hier in der Form nicht mehr gespürt, beziehungsweise nicht in einer nervigen oder unangenehmen Art und Weise wahrgenommen. Also ich bin positiv überrascht von dem, was mir hier präsentiert worden ist. Und deswegen ist Horrorschocker für mich jetzt hier auch wirklich ein Experiment gewesen. Habt ihr tolle Geschichten gesehen. Wir können uns ja vielleicht, wenn man dann gleich nochmal die Runde durchgeht, punktuell mal einzelne Storys zumindest rausgreifen. Jetzt jeder Einzelne wird ein bisschen schwierig. Aber ich finde es toll, was hier am Comic-Antologie-Horror-Himmel vom Levin Curio hochgehalten wird. Und ich bereue wirklich nicht, dieses Abo abgeschlossen zu haben. Das ist eine Sache, die ich unter Umständen sogar nochmal verlängern werde. Ich finde es jetzt sehr interessant. Also wir beide haben jetzt auf jeden Fall die Nummer 63 beide gelesen. Das ist ja eines der Hefte, das ich gelesen habe. Und das, was ich vorhin so als Retro-Charme bezeichnet habe und du jetzt so ein bisschen als Mief. Ich behaupte jetzt mal, dass wir das Gleiche meinen. Ist etwas, was ich durchaus gespürt habe, auch in dieser 63. Also da waren, nicht in jeder Geschichte, aber so mein Fazit von jetzt hat sechs Geschichten aus zwei Heften, die ich gelesen habe. Ähnlich wie beim Breedstorm. Sowas kann ich mal lesen. Ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie regelmäßig brauche. Weil ich dann schon für mich zumindest finde, dass dieser Retro-Ansatz, immer diese Viel-Ich-Erzähler, Viel-Text, das brauche ich auf Dauer so nicht. Und dass gerade die erste Geschichte in dieser 63 war für mich dann gleich wieder so auffällig, dass da sehr, sehr viel so Erklärtext ist, wo eigentlich nur im Kasten drinsteht, was ich im Bild selber sehe. Und das ist etwas, was früher in alten Comics natürlich sehr, sehr häufig gemacht wurde. Was aber überhaupt nicht modernes Erzählen ist und was ich einfach nicht in geballter Form brauche. Also nichts, was mich in geballter Form interessiert. Wie gesagt, kann ich mal lesen, kann ich dann so abnicken als ja hübsch gemacht, hübsch auch irgendwie so quasi rekreiert, so dieser Retro-Comic. Aber nichts, was ich irgendwie in meinem Leben mehrfach brauche. Ich finde es zeichnerisch unterschiedlich. Ganz klar, es ist auch von unterschiedlichen Leuten gezeichnet, so die einzelnen Geschichten. Und auch inhaltlich gab es natürlich Qualitätsunterschiede oder meinem Gusto entsprechend Qualitätsunterschiede. Mit manchen hatte ich dann mehr Spaß als mit anderen. Aber mir ist dann eben doch aufgefallen, dass so im Durchschnitt mir von diesen sechs Geschichten zu viele Geschichten eben diesen sehr, sehr schwerfälligen, erklärenden Erzählertext haben, der mich dann doch irgendwie abschreckt, dass überdurchschnittlich viele Geschichten auch sehr abrupt aufhören, auch mit einer nicht überraschenden oder nicht effektvollen Auflösung, sondern mehr so plopp und dann ist es aus. Und jetzt erklären wir dir noch kurz irgendwie in drei Sätzen irgendwas zu diesem Ende, aber eben jetzt nicht künstlerisch besonders ansprechend irgendwie gelöst in der Erzählweise. Also ich finde, ich habe sehr, sehr hohen Respekt vor diesem Projekt, dass es auch schon seit 18 Jahren läuft und 64 Ausgaben also offensichtlich auch angenommen wird. Auch wie gesagt, beim Preis, diesen 3,90 finde ich sehr, sehr gut. Also das ist so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auf einer Zugreise und ich bin in einer Bahnhofsbuchhandlung und möchte mir irgendwie so für den nächsten Abschnitt der Fahrt irgendwie was mitnehmen. Dann würde ich mir mal so ein Heft vielleicht mitnehmen für vier Euro, die Geschichten da drin lesen und dann jetzt dieses Heft aber auch nicht zwingend in meiner Sammlung archivieren, sondern eben so, ich habe mir jetzt ein bisschen eine Stunde oder so im Zug damit vertrieben und dann war es okay damit, aber ich muss jetzt eben dann für mich selber kein Abo dafür abschließen. Ja, ich glaube, das ist ganz, oder vielleicht noch darauf einzugehen auch kurz, also gerade dieses Verhältnis von Text und Bild ist wohl ein Dauerbrenner, beziehungsweise Dauerkritikpunkt auch bei den Horrorschockern. Hier in der aktuellen Ausgabe 64, das vielleicht nochmal als Hinweis hinten drin ist ja immer, sind so Leserbriefe und Worte, also Meldungen von der Lesendenschaft an den Verlag über Facebook-E-Mail, hast du nicht gesehen und auch hier wird für Horrorschocker 62 von einem Sven, liebe Grüße an der Stelle, ein Leserbrief quasi vorgelesen und der kritisiert hier auch das wohl Dauerthema Verhältnis von Bild und Wort zueinander und jetzt gibt es hier als Einwand, dann als Reaktion darauf, ja, kann er völlig nachvollziehen, aber es gäbe einfach so viel Inhalt zu erzählen. Hattest du denn das Gefühl, dass du über den Text tatsächlich was Neues lernst oder hast du, das ist ja ein Kritikpunkt, den ich auch voll auch so sehe punktuell, eher den Eindruck, dass im Text nochmal genau dasselbe erzählt wird, wie das, was du schon im Panel siehst? Das ist genau das, was ich eben häufiger hatte, also dass ich eben wirklich so dieses Gefühl hatte, ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, wenn nicht, erzähle ich es nochmal kurz, Brian Talbot, Breedstorm hatte mal Geschichte einer bösen Ratte, heißt es glaube ich auf Deutsch, vorgestellt, der war damals beim Comicsalon, hat so einen kleinen Vortrag gemacht, auch über so Erzählweise und wie Seiten gestaltet und bla bla bla, also ein bisschen wirklich so einen technischen Hintergrund auch und der hatte das Beispiel damals gebracht, dass irgendwie so ein alter Tarzan-Comic und man sieht in dem Panel Tarzan, wie er in eine Grube fällt und oben so in der Caption steht, Tarzan fiel in eine Grube und dann in einer Sprechblase steht auch noch, hu, ich falle in eine Grube, also dreimal das gleiche erzählt und an sowas musste ich dann denken, gerade in dieser ersten Geschichte, aber auch in anderen Geschichten, aber diese erste Geschichte mit den Aliens in Horrorschocker 63, da gibt es genau so ein Panel, ich fiel und fiel und fiel und fiel und in dem Panel steht also viermal drin, dass er fällt und ich sehe, wie die Figur fällt und sowas, das ist nur ein Beispiel davon, also ich hatte sehr, sehr häufig das Gefühl, dass dieser sehr viele Erzähltext mir eigentlich nur genau das beschreibt, was ich selber im Bild auch sehe und damit ist es dann für mich eben auch überflüssig und nicht elegant erzählt und dann eben auch nicht schön zu lesen, also dann kann ich entweder das Bild weglassen oder einen Text weglassen. Das, ja, kann ich voll nachvollziehen, diesen Punkt. Pettik, hast du das auch so wahrgenommen? Ja, zum Großteil, was mich noch eher gestört hat, das war ein Punkt, auf den wurde noch gar nicht eingegangen, egal ob es jetzt gratis Comic-Tag oder eben bei den normalen Heftausgaben ist, gefühlt ist bei jeder fünften Seite irgendwie Werbung, also das hat mich fast schon an US-Comics erinnert, wie viel Werbung da drin ist. Die große Vorlage ist natürlich Geschichten aus der Gruft, es wird natürlich nicht zu 100% erreicht, aber diese Storys haben alle so unterschiedliche Qualität. Es gibt Storys, die haben mich mehr interessiert, die haben mir mehr Spaß gemacht und welche, wo ich sagte, ja, die sind nett, aber eben nicht mehr und ich ließ einfach mal vor, was ich da gelesen habe. Für mich war es fast schon zugebündelt, was ich gelesen habe. Ich habe die vom Gratis-Comic-Tag 2014, 2022, 2013, 2016, 2011, 2012 und 2010 und dann eben das Jubiläum, die Nummer 50 von Horrorschocker gelesen. Da fallen dann solche Kritikpunkte ein bisschen größer aus. Teilweise enden die Storys für mich auch zu abrupt. Das gab es und einige Storys, die haben dann doch Spaß gemacht, wie zum Beispiel der Abfall von Levin Curio. Uns wird dann auch immer explizit dazu geschrieben, dass es von Levin Curio ist. Oder unser Dorf soll toter werden, der Golem. Es macht Spaß. Ich habe es wahrscheinlich echt ein bisschen zugebündelt gelesen. Es ist für mich auch so ein klassischer Messetitel. Wenn Rainer Engelt da ist und man mit dem ein nettes Schwätzchen halten kann, dann ist das echt so ein netter Messetitel, den man immer wieder gern mitnimmt und von dem was reinzeichnen lässt. Ich habe mir von denen da das letzte Mal vor einigen Jahren den Fährmann von diesen Storys reinzeichnen lassen. Nicht unbedingt perfekt, aber sympathisch. Also nochmal zur Werbung würde ich auf jeden Fall auch irgendwie was einwerfen wollen. Ich finde die nämlich relativ geschickt platziert. Die ist eben nicht so, dass sie die Geschichten unterbricht und sie ist mindestens zur Hälfte, wenn nicht gar mehr, auch Werbung für andere Produkte des Verlages, was ich tatsächlich, also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm und nervig. Ganz im Gegenteil, man sieht halt mal, was da sonst noch so alles gibt. Mich hat die Werbung nicht gestört. Nicht so schlimm zumindest, muss ich sagen. Nee, mir ist es nur aufgefallen, auch wenn ich es lustig fand, dass da jetzt beim Gratis-Comic-Takt 2022 dann eine Comic-Adaption von die Nacht der reitenden Leichen beworben wurde. Also Horrorfans könnten das kennen. Ich finde es an sich für das, was es sein will, macht Spaß. Und aus diesen Gespenster-Geschichten ist immerhin Malcolm Max, die Reihe von Ingo Rümling, dann entstanden. Andi, du hast vorhin gesagt, wir können ja dann vielleicht nochmal auf einzelne Geschichten eingehen. Willst du auf irgendeine einzelne Geschichte im Besonderen eingehen? Hast du irgendwas, was du herausstellen möchtest in positiver oder negativer Sicht? Also positiv kann ich zum Beispiel durchaus mal eine Ausgabe erwähnen aus dem Heft 59. Da geht es, die trägt noch einen Titel, Sekunde, die trägt den Titel zu spät. Und da geht es um einen Menschen in der Postapokalypse. Die sogenannten 5G-Netze haben intelligentes Leben ermöglicht, aber im gleichen Atemzug auch alles Leben zerstört. Zumindest auf Dauer. Und überall, wo man quasi 5G-Netzempfang hat, ist alles tot. Und er selbst ist in einem Strahlenanzug, war eine ganze Zeit lang, auch schon als alle anderen Menschen das noch gar nicht so als Gefahr wahrgenommen haben, wurde er wiederum als Spinner abgestempelt, weil er diesen Strahlenanzug schon trug. Und dann waren sie halt alle irgendwann ganz schön tot. Nur er hat eben überlebt, weil er diesen Strahlenanzug getragen hat und sich immer irgendwie in Bunkern verkochen hat zum Schlafen. Das war eine Geschichte, die geht immerhin 14 Seiten, das sind ja alles nur so Kurzgeschichten. Und das war interessant geschrieben, auch so ein paar Seitenhiebe und Spitzen, was jetzt 5G bedeutet und so. Das hat natürlich auch gewisse Parallelen zu aktuellen Querdenkerbewegungen, beziehungsweise einfach zu diesen, sagen wir es mal, politisch Andersdenkenden, ob das jetzt so Absicht war. Und wer da wen im positiven oder negativen Licht dastehen lassen möchte, weiß ich nicht. Sagen wir mal, auch aktuelle Regierungspersonen könnte man in der einen oder anderen Figur wiedererkennen. Das fand ich zumindest ganz nett. Es gibt aber auch gleich im Anschluss wieder so eine Geschichte, das ist irgendwas mit Schrankmonster. Es geht um häusliche Gewalt und das fand ich super vorhersehbar. Also es sind wirklich unterschiedliche Qualitäten. Aber wie gesagt, also ich habe mich, glaube ich, als ich zum Beispiel Zombieman angelesen und vorgestellt habe, war es teilweise für mich mehr Überwindung, da jetzt mich in die Story reinzulehnen und das auch jetzt so durchzuziehen. Dadurch, dass hier dann schon irgendwie auch zumindest thematisch in einem gewissen Rahmen zumindest Abwechslung da war, waren das für mich alles, kann ich denn schon mal verzeihen, drei Seiten gelesen zu haben, die mich jetzt nicht vollends ansprechen. Und nochmal, 3,90 Euro, da denke ich auch nicht lange drüber nach, ob ich das mitnehmen muss oder nicht. Aber vielleicht so einen gewissen Zugang zu dieser Art des Erzählens, der ist schon sinnvoll. Aber wir haben auch mal Artworks hier in Ausgabe 64, der ganz aktuellen. Die Gnade Gottes ist gezeichnet von Klaus Scherwinski. Und diese Geschichte kommt in einem ganz anderen Artwork daher. Also überhaupt nicht das, was Levin Curio da eben sonst veröffentlicht. Und hat auch einen Hintergrund, warum das so ist und warum die jetzt erst kommt. Sollte schon viel früher erscheinen und so. Da sind wirklich auch diese Texte hinten, diese Leserbriefe und die erklärenden Texte dazu, auf jeden Fall auch sehr erhellend. Ja, ich freue mich, dass er das so durchziehen kann. Und offensichtlich hat er auch ein Publikum dafür und das ist schon eine gute Sache. Das ist, glaube ich, so mein Fazit dazu. Ich kann aber jeden verstehen, der da auch Schwierigkeiten mit hat. Ja, in meinem Gratis-Comictag-Heft 2017 ist auch von Klaus Scherwinski eine Geschichte drin. Also ja, wie du sagst, also deutlich anders als die anderen Geschichten. Also auch in den zwei Heften, die ich jetzt habe, sind nicht alle Geschichten von Levin Curio gezeichnet. Also man kriegt natürlich dann schon wirklich unterschiedliche Stilistiken dann auch. Und klar, wie das immer ist bei Anthologien, weiß man ja, das ist so der Satz, den man sich auch immer wieder sparen kann, wenn man über Anthologien spricht. Aber es ist halt so, nicht alles ist immer für jeden. Manche Sachen gefallen einem besser, manche weniger. Was ich ganz interessant fand, es gibt einen Menschen namens The Lab oder L-E-P. Ich weiß nicht genau, wer da dahinter steckt. Und da habe ich in beiden Heften eine Geschichte von dieser Person auch, die ich aber sehr, sehr unterschiedlich gut fand in der Gestaltung. Also zum einen ist es eben diese Alien-Geschichte, über die ich gerade schon gesprochen habe aus der 63. Und dann noch eine Geschichte namens Messi aus dem Gratis-Comic-Tag-Heft. Und diese Messi-Geschichte fand ich eben tatsächlich ganz gut und hat mich auch zeichnerisch viel mehr angesprochen. Vielleicht liegt es daran, dass die Koloration jemand anders gemacht hat. Ich bin mir nicht 100% sicher, was da so dahinter steckt. Das ist das, was mir aufgefallen ist zumindest, dass da bei Messi eine andere Person beteiligt war an der Kolorierung. Aber ja, also wie gesagt, für mich so, wenn ich mal eins in die Finger bekomme oder wenn ich mal irgendwie in der Situation bin, ich brauche was zu lesen und beim Durchblättern spricht mich irgendeine Geschichte zeichnerisch an. 3,90 Euro, wie du auch schon gesagt hast, finde ich einen absolut fairen Preis für dieses Produkt. Also da kann man sicherlich nicht meckern. Das tut nicht wirklich weh. Also das ist dann nicht schlecht angelegt. Okay, ja, Frage in die Runde nochmal. Patrick, Breedstorm, Andi, habt ihr noch irgendwas zu besprechen? Will noch jemand irgendwas sagen zu den hammerharten Horrorschockern? Ich gucke gerade noch, ich will das Abo nochmal kurz erwähnen zumindest. Das sind 30 Euro für 8 Hefte. Da ist alles mit drin. Das ist noch ein bisschen günstiger, glaube ich, dann dadurch. Kommt immer pünktlich an alle Influencer. Das ist super für Social Media, wenn man so ein Ding im Kasten hat und ein Foto auf Instagram postet. Ich habe Carla angefangen. Jemand im Jahr oder so? Nee, oh Gott, gute Frage. Wie oft kommt der? Das ist eine sehr gute Frage. Weil du gerade gesagt hast, das war pünktlich. Da dachte ich, es gibt eine gewisse Idee. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe es im Briefkasten, zwei Wochen bevor alle anderen drüber schreiben. Ich weiß es nicht, 8 Hefte sind es. Ich weiß nicht, wie oft. Es gibt die Sammelausgaben. Vielleicht sind die man, also schaut mal rein. Generell, wenn ihr auch Erfahrungen mit Weißblech habt, dann auch erneut wieder der Aufruf. Gebt uns mal Bescheid gerne in den Social Media Plattformen Facebook, Twitter, Instagram oder auf Telegram und Signal. Schreibt uns, ob ihr was von denen kennt, von den Veröffentlichungen und vielleicht, ob ihr da Bock habt oder auch nicht. Habt ihr vielleicht Zombieman gelesen? Kenntet die ganzen anderen Sachen? Es gibt ja unzählige Projekte. Ganz aktuell gibt es diese Luba-Wolfsschwanz-Geschichte. Vielleicht kenne ich zumindest den ersten, das ist irgend so eine Amazone irgendwie. Es gibt aber auch einen riesengroßen XXX-Bereich, also Erotik-Comics-Bereich. Den kriegst du, glaube ich, auch nur gegen Nachweis deines Alters und so. Gibt es auch noch, kenne ich überhaupt nichts von. Und da müssen wir mal gucken, ob man hier vielleicht Breedsoms-Schmuddelecke damit mal irgendwann ein bisschen erweitert. Da hat sogar ich was hier. Erzähl mal, was ist das ungefähr? Kannst du es ganz grob beschreiben? Ich habe das einmal schon bei einem Weißblech-Cast erwähnt. Das hieß so der lüpfende Manga-Schlampen und das war mehr so im Bereich Hentai angelegt. War auch super spaßig. Also ja, da sind sie ein bisschen mehr in der Klischee-Kiste mit so Sachen, die du heutzutage eigentlich gar nicht mehr bringen kannst. Aber dadurch, dass es so super selbstironisch ist, kannst du es dann eben doch bringen. Macht Spaß. Auch die von Plem Plem hatten sich an sowas mal probiert. Und ich erwähne noch eine Story, die hat mir Spaß gemacht. Die war vom Gratis-Comic-Tag 2012. Hieß Angst. Die wurde von Levin Curio geschrieben und der hat die Farben dazu beigesteuert. Und Rainer Engel hat das gezeichnet. Es fängt an wie so eine typische Halloween-Story. Eine junge Dame ist nachts unterwegs und die Mutter ist so eine Art Helikoptermutter. Und dann passiert am Schluss was, wo auch der Schluss-Gag irgendwie schon lustig ist und mal überraschend kommt. Und wir haben da auch für zwei, drei Panels so einen Michael Myers-Ferschnitt da durchs Bild geistern. Also die Halloween-Anleihen, die sind in der Reihe auch immer wieder sehr präsent. Dann gibt es auch so eine Story von Levin Curio, die hieß Abfall. Weil die hat mich so an so eine klassische Tales-from-the-Crypt-Story erinnert. Da geht es um einen Vertreter, der Zeitungsabonnements quasi verhökern will und dann auf einen Messi trifft. Fand ich auch sehr lustig. Oder unsere Stadt soll toter werden. Da geht es dann um so ein Vorstadtdorf. Die wollen, dass die Gärten alle schön sind. Und dann haben die einen gewissen Querulant und der passt sich da überhaupt nicht an. Der will das Dorf gar nicht so in die Norm bringen, beziehungsweise seinen Garten. Und deswegen machen sie mit dem auch kurz einen Prozess. Also es gibt immer wieder diese herausstechenden Stories. Und das will auch nicht mehr sein als Horror-Trash. Und trotzdem macht es Spaß. Oder gerade deswegen macht es Spaß. Weil es eben den ganzen Stories huldigt. Und wenn dann auch nebenbei in dieser Golem-Story dann Action-Comics Nummer 10, die erst mit Superman als Müll betitelt wird, dann weißt du, was für eine Riege du dich aufhältst. Und das macht eben schon Spaß. Weil von diesen Manga-XXL-Dingern da, beziehungsweise von den Porno-Titeln, habe ich bisher in eine Ausgabe reingelesen. In die lüpfenden Manga-Schlampe. Und das kann ich auch empfehlen, wenn man denn so ein bisschen was für extrem klischeehaftes Manga-Bashing, also nicht unbedingt Manga-Bashing überhat, aber auch mal den ein oder anderen Witz unter die Gürtellinie verträgt. Und in der heutigen Zeit sind es nicht mehr alle. Okay, ich denke, dann können wir zum Horrorschocker die Runde jetzt dann auch abschließen. Womit wir dann auch zum Ende der Episode kommen. Andi hat es schon gesagt, sagt uns gerne Bescheid, wie ihr den Podcast findet, wie ihr die besprochenen Comics findet, welche Comics ihr vielleicht auch lest, den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die wir so anbieten. Oder eben auch Signal und Telegram in unseren Gruppen, wo auch immer wieder nette Diskussionen aufkommen. Ja, wir stehen kurz vorm Comicsalon. Da wird sicherlich dann die deutsche Comic-Podcast-Welt sich im nächsten Monat ganz stark damit beschäftigen. Da wird sicherlich einiges rauskommen. Vielleicht wird auch die ein oder andere Stimme aus dieser Runde irgendwo zu hören sein, also mit Sicherheit sogar, zum Thema Comicsalon. Mal gucken, was wir da so zu sehen kriegen. Ich bin sehr gespannt und was wir dann da so zu besprechen haben. Damit sage ich wieder vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an alle Comic-Cookies. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Das war Folge 115. Und wir hören uns dann in wahrscheinlich circa einem Monat wieder mit der nächsten Besprechung von Comics. Macht's gut bis dahin. Adieu. Ciao. Ciao, 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 ciao.